Hallo. Willkommen bei ShishaCast Episode 3. Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, ob ich irgendeinen richtig guten Einstieg finde, ob ich irgendeinen Mega-Opening finde. Hast du aber nicht. Doch, bin ich. Hallo. Ich habe mit einem Hallo angefangen und direkt gab es die ersten Lacher. Also stell dir mal vor, du machst einfach, du denkst dir so, oh, ich muss jetzt eine Stunde Auto fahren, ich könnte in die neue Folge ShishaCast reinhören. Dann klickst du diese Folge an und dann kommt einfach nur so, hallo. Hättest ja auch einfach nochmal das Mikro rüpsen können. Das muss ich erklären. Der Alex hat eben die Lautstärke von seinem Kopfhörer als zu laut empfunden, wollte das runterstellen. Ich habe gerade einen extra großen Schluck Glugmate getrunken, wo die Hälfte von der Kohlensäure wieder hoch wollte. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich in meinem Mikro rede, dann hört der Alex das auf seinen Kopfhörern. Dann habe ich eventuell rüpsen müssen. Und eventuell hat es dem Alex seinen Kopf weggeschweppert. Er hat die Vibrationen gespürt, sage ich euch. Gut, ShishaCast, Episode 30, Moin Meisters, Moin Meisterin, Alex. Grüße, auch wieder mit am Start. Ja, auch wieder dabei. Der Wahnsinn. Ich auch. Irgendwie wie jede Folge. Ungewohnt. Sehr. Ja, vor allem, wir hatten ja jetzt doch wieder eine längere Pause. Was? Aber das war der Messerstress. Das war eindeutig der Messerstress. Du hast das aber auch gerade geschickt eingeführt. Du hast gesehen, dass ich ziehen will. Und in dem Moment hast du mir einfach eine Frage gestellt, sodass ich reden musste. Und der Alex fängt einfach an zu ziehen. Also, mehr Hops nehmen geht auch nicht. Immer. Oder Alex. Ja, ich hoffe, dein Köpfchen schmeckt. Nee, ja, also hatten wir eine längere Pause. Aber ich muss auch wirklich sagen, wir haben es echt nicht geschissen bekommen. Also, wir saßen wirklich da rum. Und wir werden gleich noch erzählen, dass wir noch andere Dinge in Zukunft geplant haben, weshalb wir auch etwas andersweitig bestressed waren. Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal ganz gediegen an mit den Setups. Marvin, was gibt es denn mal mit dir? Also, ich habe mir eine neue Errungenschaft von der Shisha-Messe ausgesucht für heute. Und zwar ist es die Tyrant Hooker. Eine sehr, sehr schöne Pfeife, die aus Russland kommt, die jetzt von HookerIn importiert wird. Ein Stem. Achso, übrigens, bevor wir wieder reinscheißen. Dieser Podcast kann Werbung oder Produkte aus Kooperationen enthalten. Wie zum Beispiel auch die Tyrant Hooker. Nur um das einmal kurz vorneweg zu sagen. Weil, haben wir euch ja schon erklärt, müssen wir halt jedes Mal dazu sagen. Ähm, die Bowl ist nicht von HookerIn, aber die Tyrant Pfeife habe ich von HookerIn bekommen. 170 Euro kostet so ein Stem-Set. Ich habe die Bruin oder Bruin-Variante. Das ist die mit dem Bär drauf. Finde ich sehr cool. Ist so ein bisschen, ich finde, wie so eine kleine Mischung aus einer Dusche und einer McLeod. So würde ich die Pfeife irgendwie beschreiben. Aber keine irgendwie so kopiert, dass es irgendwie, also es ist keine Kopie, aber man merkt so gewisse Inspirationseinflüsse, würde ich sagen. Aber trotzdem was Eigenes draus gemacht und deswegen vollkommen okay für mich. Sieht cool aus, relativ simpel gehalten, aber trotzdem schöne Details überall. Das Ganze habe ich auf einer Horfrost Down Black. Und obendrauf habe ich den Wandenberg V1 mit dem Onmo. Den hat mir der Alex gebaut, das Köpfchen. Aber ich habe mir ausgesucht den Kamin von Kismet, den White Cherry von Kismet und noch ein bisschen Must-Have Blurry. Ja, Blurry ist übrigens leer. Die Dose Blurry ist leer, aber eventuell hatte ich 20 Dosen Blurry bestellt. 20 Dosen? Was? Was raust du, Alex? Okay. Bei mir gibt es die Vibro Spectre in, ist das der Black Colorway? Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich, ich habe ja die Pinke zu Hause. Ich finde das Schwarz super schön. Es gibt kein Schwarz, also es ist Grey offiziell. Grey? Ja. Ja, aber ich finde, das Marmorierte hier sieht super schön aus. Ja, sieht halt auch aus wie Marmor. Ja, genau. Das Ganze auf der Standard Ball, was ich auch sehr, sehr krass finde, was ist halt so, man kennt es ja schon, finde ich, von der Goat Mini so ein bisschen, so diesen Exclusive-Look als Standard Ball, trotzdem relativ hochwertig gehalten. Finde ich sehr, sehr cool. Und ansonsten gibt es bei mir den Wandenberg V2. Und ich habe mir gebaut Traubeminze von Fuck Your Life mit Quizmoo von Must Have und ein bisschen Black Cane von Kismet. Das Ganze mit dem Aua-Hmd, ja, läuft gut. Muss ich mir also jetzt neuen Traubeminze anmischen, ja? Nee, es ist noch was da. Noch ein halbes Köpfchen drin, perfekt. Habt ihr auch südlich gelassen. Sehr aufmerksam von Ihnen, sehr aufmerksam. Ja, Spectre auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und wie du schon gesagt hast, die Bowl ist echt geil. Also gerade, dass sie halt bei einem 170-Euro-Set mit drin ist, ist schon sehr, sehr nice. Ja, soviel auf jeden Fall zu den Setups. Das haben wir uns ready gemacht, um das heute im Shisha-Cast Episode 30 zu rauchen. Wir haben heute, also erstmal Alex, wie geht's dir denn? Was ist denn so, ich wollte schon, ich wäre jetzt fast reingestartet, aber... Ich wollte auch schon rein starten, ja. Wie geht's Ihnen denn? Wie befinden Sie sich? Also an sich geht's mir super gut. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, wie ich das eigentlich jede Folge sage. Das Einzige, was wirklich echt nervig ist, meine Heuschnupfenallergie kriegt komplett anders momentan rein. Ja, ja. Ich hab's schon mitgekriegt. Ey, du bist ins Studio reingelaufen, alle drei Sekunden so... Ja, es ist wirklich schlimm. Also ich... Bei mir ist das halt... Ist das Problem, es fängt direkt im April an bei mir. Und das zieht sich dann bis Juli durch. Weil ich bin irgendwie auf zwei, drei Sachen erlärmisch, wo früh blühe und dann noch mittendrin... Ah, perfekt. Und gerade ist so die Hochzeit und ich sterbe teilweise zu Hause. Wenn ich irgendwie Fenster offen hab, kannst du komplett vergessen. Ich bin immer noch so froh, dass ich keine Allergie hab, weil ich das bei so vielen Leuten mitkrieg, wie die halt einfach zwei, drei Monate komplett aus dem Leben genommen sind. Der Phil ja auch. Und der muss einfach auch dauerhaft die ganze Zeit irgendwelche Allergietabletten schlucken, um überhaupt überleben zu können. Aber die machen dann wiederum müde und ist scheiße. Ja, ist scheiße. Also was sich die Evolution dabei gedacht hat, so wie es dir was richtig witzig wäre, wenn die Menschen einfach von der Luft gefickt werden, die sie aber brauchen zum Atmen. Das wäre doch toll, oder? Nee, also das ist wirklich momentan eine Krise, aber es geht auch wieder rum. Ich kriege es mit den Tabletten eigentlich ganz gut geregelt. Und ja, ansonsten, Training läuft ganz gut bei mir, muss ich sagen. Bin zu faul abzunehmen, bin ich ehrlich. Aber dafür werde ich stärker. Da hat sich auch seit einem Jahr nichts dran geändert, oder? Ach, was rede ich mit seit einem Jahr? Hast du schon mal einmal eine Definitionsphase, seit du angefangen hast zu trainieren? Ja, einmal ganz am Anfang. Das war 1872, oder was? Da war ich zwar 2015, 2016 war das. Da bin ich auf 78 Kilo runtergegangen. 78? Ja. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt bei 100, 105, so um den Training. Oh, krass. Nee, das war, wo ich eigentlich angefangen habe zu trainieren und dann von 100 Kilo ohne Muskeln einmal komplett runtergegangen bin auf 78 Kilo. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will jetzt Muskeln aufbauen. Ja. Und dann irgendwie ist das dann exponentiell gestiegen und ich hatte keine Motivation mehr gefunden, runterzugehen. Weil momentan, das Ding ist, ich bin, also ich fühle mich zwar zu dick, aber es ist trotzdem noch zu sehr Komfortzone, wo ich sage, ich muss jetzt was machen. So, das ist halt, ich weiß nicht. Also du würdest gerne ein bisschen weniger wiegen, aber es ist noch nicht so viel, dass du dir denkst, holy shit, ich bin eine fette Sau geworden, ich muss auf jeden Fall abnehmen. Genau. Okay. Ja, an dem Punkt war ich auch lange. Ja. Bis ich die Aufnahmen auf dem Malediven von mir gesehen habe. Und dann hatte ich genau den Punkt, wo ich gesagt habe, holy shit, du bist echt eine fette Sau geworden. Du musst wirklich abnehmen, Marvin. Aber speaking of abnehmen, ich kann zwar keine Kraftzuwächse zu wachsen. Zuwächse. Zuwächse mehr verzeichnen. Aber dafür kann ich wenigstens, also ich bin am Abnehmen. Ich habe jetzt insgesamt, also ich bin jetzt heute Morgen auf die Waage und hatte das erste Mal 123,9. Also das erste Mal unter 124 jetzt gefallen. Ja, vor allem, wo hast du angefangen? 137. Das ist echt krass. Also ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen Zeit, es sind jetzt ziemlich genau fünf Monate um, seit ich angefangen habe. Und das sind ja jetzt, wie viel? 14 Kilo in fünf Monaten. Ist jetzt nicht über krass, aber ich denke, in der selben Zeit habe ich meine Körperform muskelmäßig eigentlich wieder ganz gut ausgestattet. Also ich bin da auf jeden Fall happy mit. Und eigentlich, also es ist jetzt schwer zu sagen, ich will nicht abnehmen, weil irgendwie ist es mittlerweile schon ein Game geworden. Also mittlerweile will ich schon abnehmen, aber ich habe ja nie angefangen mit der Motivation, ich muss auf jeden Fall kilomäßig runter, sondern ich wollte einfach wieder fitter werden, mehr Bewegung. Deswegen, ich skippe auch mittlerweile mal das ein oder andere Workout und gehe dann mal lieber laufen oder Fahrrad fahren, weil ich halt nicht immer nur fiti, 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 sondern ich will einfach allgemein wieder mehr Sport in meinem Leben haben. Aber so wie ich fahre, fahre ich eigentlich gut. So mache ich das weiter. Ich gönne mir immer noch mal einen Döner und ich gehe immer noch mal zu Burger King, aber ich versuche es halt ein bisschen weniger zu übertreiben und allgemein ein kleines bisschen gesünder zu essen. Und dann dauert es halt länger, aber das ist für mich auch fein, weil so wie ich das im Moment mache, habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Crash-Diät ist, die ich dann nicht halten kann oder so. Im Gegenteil, ich esse so wie ich Bock habe, ich track keine Kalorien und irgendwie funktioniert es trotzdem und so ist es fein für mich. Ja, vor allem gerade bei so Crash-Diäten, da geht es dir halt auch beschissen. Also gerade mit dem Workload, den du halt teilweise hast, da wüsste ich nicht, ob du da sieben Stunden durchschwimmen könntest. Ja, 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 das safe. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber ich merke es auch, dass mir Energie fehlt. Also gerade im Training merke ich jetzt so die Gewichte, also nicht nur, dass ich nicht mehr hochgehen kann, ich muss da auch teilweise reduzieren, wenn ich die Form halten will, weil ich einfach merke, dass die Kraft fehlt. Und das hatte ich noch nie, weil ich noch nie bewusst irgendwie etwas weniger gegessen habe oder so. Ich habe einfach mal reingeschaufelt und war auch immer okay. Aber das merkst du ja jetzt halt. Und vor allem was krasses, was ich jetzt auch merke, dadurch, dass die Kalorien so ein bisschen eingeschränkt sind, merke ich, wenn ich nicht gescheit esse, fehlt mir noch mehr die Energie. Also weißt du, wenn ich mir jetzt Burger King reinballer und dann morgens und abends wirklich nur eine absolute Kleinigkeit esse, weil ich sonst zu viel hätte. Also wie gesagt, ich schätze das ja einfach immer so. Aber wenn ich mir jetzt mittags irgendwie Fast Food gebe, dann gucke ich, dass ich morgens und abends halt weniger esse. Und das heißt, ich hatte nur eine gescheite Mahlzeit mit ekelhaften Nährwerten. Ja. Und wenn ich das ersetzt hätte durch wirklich irgendwas Geiles, so Burritos mit Hähnchen und Reis und noch der Getreide-Totilla, Meister-Totilla. Also gescheiten Nährwerten einfach. Ja, gescheiten Essen. Wenn ich das essen würde mit den Kalorien, hätte ich am Ende des Tages mehr Kraft fürs Training rausgezogen. Das kickt halt so ein bisschen. Aber das ist auch bei mir so das Ding, was du gerade sagst. Mir macht es halt momentan Spaß, einfach Gewichte aufzuladen. Deswegen hätte ich auch keinen Spaß daran abzunehmen. Also ich meine, es ist ja immer so ein gewisses Ding von Zielen. Und bei mir ist halt momentan so, ich habe Bock mehr zu drücken oder mehr Gewicht zu bewegen. Und du hast es am Ende des Tages halt immer Macht. Es hört sich dumm an, aber ja. Nein, das ist einfach so. Also ich finde nicht, dass sich das dumm anhört. Jemand, der viel isst und viel wiegt, wird bei gleichem Training halt mehr schaffen als jemand, der einen 60 Kilo Hungerhaken ist. Ja klar. Deswegen mittlerweile ist so dieses Ziel so 120 Kilo Bankdrücken auf Wiederholung halt. Weil so 110 langsam gehen, voll klar. Dann jetzt mit 115 angefangen. Ich habe wieder mit Squads angefangen. Da habe ich jetzt auch zuerst mal die 150 gebeugt. Also es geht halt von Gewichten auch langsam wieder hoch. Das ist geil. Ja, das vermisse ich so ein bisschen. Also ich versuche mir jetzt irgendwie anders Spaß im Training zu suchen, wenn ich es nicht über die dauerhafte Gewichtsteigerung schaffe. Aber ich versuche dann einfach einen möglichst guten Pump zu kriegen und ein möglichst gutes Feeling zu haben und vielleicht mal die Übung ein bisschen durch zu switchen. Deswegen tracke ich auch im Moment gar nicht mehr mit meiner Trainingstrack-App. Was eigentlich schade ist, weil es geil war da zu sehen, wie die Anzahl an absolvierten Trainings hochgegangen ist. Aber es macht im Moment einfach keinen Sinn, weil ich da keinen Spaß dran habe, weil ich halt, wenn überhaupt, runtergehe und nicht hochgehe. Ja, und das siehst du dann halt und dann ist es halt dann, ja, natürlich. Ja, das ist dann demotivierend. Deswegen habe ich das erstmal abgeschlossen. Ich mache nur auf meiner Apple Watch halt einen, wie nennt sich das, einen Workout an, damit ich wenigstens irgendwie ein bisschen tracke und so. Aber ich gebe da jetzt nicht irgendwie jede Wiederholung ein, jedes Kilo ein, weil bringt im Moment eh nichts. Du bist ja auch letztes Mal wieder laufen gegangen, ne? Oh Gott, das ist echt. Ich bin auch das erste Mal wieder laufen gegangen. Ich habe mal geguckt, ich war wirklich das letzte Mal laufen vor knapp einem Jahr. Ein bisschen über einem Jahr. Ja, ich bin ja so gestorben. Also es war wirklich der Horror, als ich da gelaufen bin und dachte so, wie kann es sein, dass ich so scheiße geworden bin? Also meine Lunge hatte gar keinen Bock mehr. Und da habe ich auch gemerkt, ich musste eigentlich echt mal wieder öfter laufen gehen, weil das war wirklich scheiße. Echt, die Lunge war bei dir ein Problem? Ja. Krass, bei mir gar nicht. Bei mir ist auch ungefähr ein Jahr her gewesen. Ja. Ja, ich bin das letzte Mal, also ich war jetzt zweimal wieder laufen und das letzte Mal davor war der 13. Juni. Ja, bei mir war es irgendwie der 3. Mai oder so. Ja, also bei mir auch wirklich ungefähr ein Jahr her. Ich muss sagen, ich bin eine relativ kurze Runde gelaufen, aber ich bin tatsächlich deutlich schneller gelaufen, als ich dachte. Also bevor ich jetzt abgenommen hatte, bin ich so eine 37er Zeit pro Kilometer gelaufen, manchmal 7,15. Und ich hatte mich jetzt von dem ersten zum zweiten Training schon ganz gut gesteigert. Und zwar bin ich beim letzten Training eine 6,15er Zeit gelaufen, was eigentlich schon für mich auf jeden Fall recht fix ist. Du bewegst halt mittlerweile auch weniger Gewicht mit dir. Klar. Ja, 13 Kilo weniger mit rumtragen, macht einen Riesenunterschied am Ende des Tages. Das habe ich auch, ich habe auch mal geguckt bei mir im Log, das speichert ja wirklich alles. Da bin ich mal wirklich runter zu den Laufzeiten von 2015, 2016, wo ich halt 80 Kilo gewogen habe. Und was ich da für Zeiten gelaufen bin, dachte ich so, okay, das kannst du halt Stand jetzt niemals erreichen. Du musst dir doch auch nur mal vorstellen, wenn du jetzt Dips machst mit Körpergewicht und dann machst du Dips mit 20 Kilo Zusatzgewicht, wie viel geisteskrank schwerer das ist. Klar. Und das hast du, du musst dir vorstellen, als ob du jetzt, stell dir mal vor, du würdest dir jetzt eine 20 Kilo Weight-Weste anziehen und würdest laufen gehen. Du würdest ja komplett abkratzen. Aber das ist ja genau das, was jeder macht, der zu viel Gewicht auf den Rippen hat. Und diese 13 Kilo weniger, die ich jetzt habe, sorgen halt auch schon für so einen Increase. Gut, und auch, also ich bin zwar jetzt ein Jahr nicht mehr laufen gegangen, aber ich war ja schon wieder ein bisschen Fahrradfahren und so. Und ich habe allgemein mehr Bewegung mittlerweile in meinem Leben, als das vor einem Jahr noch war. Von daher passt das eigentlich schon. Aber gut, bevor wir hier wieder zu einem reinen Fitness-Cast werden, was ist denn sonst so passiert, abgesehen von Sport? Irgendwas? Boah, eigentlich gar nicht mal so viel. Also natürlich Messe, dabei kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Aber ansonsten sehr viel Organisation in den letzten Wochen gewesen, was zukünftige Reisen angeht. Oh boy. Ja, genau. Das war ein Ritt, ey. Und ansonsten, ehrlich gesagt, gar nicht mal so viel. Also natürlich mit Freunden getroffen, relativ viel Arbeit. Also weil momentan, muss ich sagen, macht es mir extrem Spaß, Reels zu schneiden. Mit der Kamera halt auf den Beat zu schneiden. Aber das ist halt so ein Aufwand. Deswegen habe ich auch zu Marvin vorhin nochmal gesagt, echt Respekt, was mit YouTube ist. Weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, als ein bisschen auf den Beat schneiden für Instagram. Und ich selber, gestern zum Beispiel, ich war den ganzen Tag unterwegs, habe mit Mo noch Bilder fürs Gewinnspiel gemacht. Fürs Gewinnspiel? Fürs Gewinnspiel. Was denn für ein Gewinnspiel? Das sollte eigentlich auch schon online sein, wenn die Folge online kommt, denke ich mal. Und zwar habe ich vom Blog das Vierjährige gefeiert. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Vor, ich glaube, einer Woche, eineinhalb Wochen war das. Und da habe ich gedacht, würde ich einfach der Community was zurückgeben. Und dann habe ich Mo gefragt, ob wir da nicht ein cooles Gewinnspiel machen können. Und ja, da verlosen wir auf jeden Fall was. Auf jeden Fall... Weißt du schon was? Willst du schon teasern? Ich kann gerne teasern. Erster Platz wird eine I in Edition 4. Zweiter Platz wird die Vyro Spectre. Dritter Platz wird dann die Vyro Panther. Und vierter Platz wird dann die Vyro Versa mit den Boost-Set. Stark. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Genau. Ich bin gerade am überlegen, wann ich mein erstes Video hochgeladen habe. Du hast... Das müsste am 25.06. gewesen sein. 25.06. Du hast an meinem Geburtstag gesagt, in einer Woche. 27.06. Ah, 27.06. Ja. Also Ende diesen Monats habe ich dann Fünfjähriges mit YouTube. Krass. Auch sehr, sehr wild, ja. Gut, und die Insta kam ja bei mir dann auch ein bisschen später. Da wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wann da der erste Post kam. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass der zweite oder dritte Post kam, als wir uns kennengelernt haben. Da saß man im Simba und du hast noch mit dem Weichzeichner im Uplarko ummalt, dass das Unschärfe im Hintergrund hat. Die Profitaktiken, ey. Ja gut, damals haben wir noch keine Fullframe-Kameras gehabt und so, ne? Ja klar, natürlich. Da war so Boke und Tiefenunschärfe. War ein Fremdwort für uns, leider. Ja. Ja, aber sehr wild. Sehr, sehr früh. Ja, auf jeden Fall. Gestern Bilder gemacht, dann ist Mo weggefahren. In der Zeit habe ich dann Videoaufnahmen gemacht. Dann sind wir Essen numera gewesen. Dann habe ich nochmal bis um halb zwei oder sowas. Wart ihr bei Joes Burger? Wir waren bei Joes. Ich war da noch nie und Mo meinte, da musst du auf jeden Fall hin. Müssen wir mal probieren. Und? Ich fand es geil. Ich liebe diesen Laden, Digga. Der war geil. Ich liebe diesen Laden. Joes in Rottgau, heilige Scheiße, Digga. Heilige Scheiße. Die sind so geil. Oh, vielleicht hole ich mir die heute Abend. Jetzt bin ich Huck. Der ist halt richtig... Hattest du die Joes-Soße zu den Pommes? Ne, ich habe mir einen Holzlau genommen. Ich habe bei Mo probiert, das war geil. Ja, okay. Weil allein diese Soße, Junge, dieser Laden ist Killer. Wirklich Killer. Du merkst halt, dass die Burger richtig frisch sind. Das ist halt das Geile. Ich habe mir einen Chicken Burger genommen. Das war auch wirklich einfach ein riesiges Stück. Du musst den Farmer nehmen. Ein Farmer? Du musst den Farmer nehmen. Das ist mit Barbecue-Soße und Bacon. Heilige Scheiße, Digga. Ich habe gedacht, ich probiere mal den Chicken Burger. Und da wirklich ein richtig schönes Stückchen Hähnchenfilet. Frisch gemacht. Ja, das ist auch auf jeden Fall die fitnesskonformere Variante, sage ich mal. Das stimmt. Aber Digga, der Farmer Burger ist wirklich anders krass. Ja, würde ich aber auch auf jeden Fall öfter mal hingehen. Ja, ich sehe mich da auch. Nach dem Cast, was? Ja, bei mir war es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also Real Life ist im Moment passiert wirklich nicht viel. Also ich mache gefühlt einmal die Woche irgendwas Soziales. und abgesehen davon, nada. Ich stehe auf, ich gehe zum Sport, ich gehe arbeiten, ich fahre heim, ich gucke ein paar YouTube-Videos oder eine Folge Netflix und ich gehe schlafen. Ja. Und repeat. Und so waren die ganzen letzten Wochen seit der Messe. Also ich habe fast keine Menschen gesehen. Ich kam auch hier rein und da habe ich auch erst mal überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ist auch ewig her. Also seit der Messe, dein Geburtstag. Geburtstag kurz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ey, Marv. Happy Birthday, lieber Alex. Willst du mal lutschen? Es gibt nichts Schlimmeres, was du hättest sagen können, ohne Kontext. Bitte, Alex, erklär das unseren Zuhörern. Oh, das ist schön. Schnell. Ja, also. Schnell. Müsst ihr euch vorstellen, wie wir saßen. Ich habe einen Geburtstag reingefeiert. Einfach nur du und meine Freundin haben... Wait, ich muss eigentlich noch was anderes erzählen. Weil ich hart verkackt habe. Du hast hart verkackt. Ich habe richtig reingeschissen. Ihr müsst euch vorstellen, es war irgendwie... Wann hattest du Geburtstag? Das war ein Mittwoch? Ein Mittwoch, 18. Ja, Mittwoch. Und am Dienstag habe ich auf meinem Handy die Benachrichtigung bekommen. Ey, der Alex hat morgen Geburtstag. Und ich so, ah, cool, okay, ist notiert. Alex hat morgen Geburtstag. Darf ich nicht vergessen. Und abends schreibt mir der Alex, hey, willst du morgen Abend um 11 mit in Sumera? Und ich dachte mir auch so, was will der um 11 mit in Sumera, Digga? Ist der behindert? Und ich so, nee, ich glaube, ich bin schon lieber da. Ich habe keinen Bock. Nach dem Stream, um 11 noch in Sumera zu gehen. Der Alex hat wahrscheinlich schon zu Hause weinend auf den Boden gelegt. Keiner will mir in Sumera gehen. Ich wollte ja mein Geburtstag reinfeiern. Ja, das hat sich dann wohl irgendwann aufgeklärt. Und dann war ich so, okay, komm bitte zu Vera. Ja, das fand ich gut, ja. Ja, das ist sehr gut. Und Alex, willst du mal lutschen? Autsch. Müsst ihr euch vorstellen, wir saßen da zu dritt. Und auf einmal kommt, wir hatten einen Pfeifen am Laufen, alles gut. Auf einmal kommt Ümmels auf uns zu, guckt uns an und meint so, wollt ihr mal lutschen? Und wir alle so komplett perfekt angefangen zu lachen. Und da hat er halt diese komischen Lollipop-Mundstücke da, wo ich mir so größter Schmutz, den es gibt, was willst du damit? Ja, und die wollten uns antrennen. Ja. Und du hast auch probiert. Ich hab's probiert. Fann's gut? Kacke. Was soll ich sagen? Also ich weiß nicht, die Idee, ein Lolli an ein Mundstück, also ich weiß wirklich nicht, wer diese Idee wäre. Da muss ja irgendjemand irgendwo gesessen haben und war so, bro, weißt du, was eine krasse Idee wäre? Wenn wir einfach an ein Hygienemundstück einen Lutscher dran bauen. Und du kannst dann damit rauchen. Bro. Million Dollar Idea, Bitch. Nein. 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 Also, es gibt bestimmt irgendwelche Leute, denen das subi, subi toll gefällt. Aber ich muss sagen, also die Vorstellung, dass dann meine ganzen Lippen halt bappen wie sonst was wegen so einem Lutscherzeug und ich dann dadurch auch noch rauche und es sich gleichzeitig aber mit dem Geschmack von dem Lolli vermischt und du das dann noch auf den Lippen hast. Also ich fühle es einfach nicht, sorry. Nee. Ich fühle es einfach nicht. Kann, bin ich auch komplett bei dir. No front an die Leute, die das mögen, so whatever floats your boat. Wenn ihr das geil findet, gönnt euch. Nicht, aber also ich fühle es null. Nee, ich fand es auch überhaupt nicht geil. Also das war, nee, echt nicht. Nee, können wir, glaube ich, verlassen. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte, wie der Ümit uns gefragt hat, wollt ihr mal lutschen? Ja. Gut. Ja, aber abgesehen davon, also ich kann jetzt eigentlich nicht so viel Spannendes erzählen. Ich war gestern beim Alex von Stimulation. Boot fahren. Ja, weil wir ein paar Sachen zu besprechen hatten und dann haben wir dieses Gespräch halt aufs Boot verlegt. Da war ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Es war schon, also wir haben wirklich ein hartes Leben. Also diese Geschäftsmeetings, das kannst du ja wirklich keinem zumuten, ne? Ja, gestern auch mit Mo war richtig anstrengend. Ja, Mann, Burger essen und mehrere Pfeifferungen. Also wirklich, wir sind so arme Säue manchmal, ne? Und dann versteht das keiner. Ja. Naja, das ist wirklich ein hartes Leben. Hättest du auch mit dem Gesichtsausdruck sehen müssen, als wir ihm gesagt haben, das ist ein Geschäftsmeeting. Fand er nicht so witzig. Glaube ich, ja. Glaube ich. Ja, das ist passiert. Mein Papa hat das Boot auch wieder startklar gemacht. Da waren wir auch schon wieder fahren. Und vielleicht gehen wir sogar morgen fahren. Und wenn wir morgen fahren gehen, dann wird es vielleicht morgen die erste Runde Wakeboard dieses Jahr für mich geben. Und da bin ich ja übertrieben hyped. Das glaube ich dir. Also, ich habe es hier und da mal wieder erzählt, aber viele wissen es nicht. Also, mein Papa hat damals das Hobby Motorrad aufgegeben, als mein Bruder und ich halt sehr jung waren, weil er gesagt hat, so, hm, Motorradfahren mit Kindern halt nicht so geil. Also, nicht nur mit Kindern drauf natürlich nicht geil, weil halt gefährlich, aber auch wäre halt doof, wenn dein Papa beim Motorradunfall verunglückt. Und Motorrad, du musst nicht mal selbst schuld sein, aber da parkt irgendein Rentner aus, der nichts mehr rafft, fährt rückwärts raus, du kommst gerade mit 100 über die Landstraße, hast keine Chance mehr, klatscht dagegen, bist tot. Fertig. Ja, Motorrad kann so schnell was passieren, das ist so unglaublich schnell. Und deswegen hat er auf jeden Fall gesagt, er hängt das Hobby an den Nagel und sucht sich ein anderes Hobby, was man auch geiler mit der Familie machen kann. Dann haben wir uns so eine ganz kleine Nussschale mit einem 5 PS Motor. Damals war 5 PS Führerschein frei, heute ist sogar 15 PS Führerschein frei. Das heißt, du kannst dir jetzt ein 10-Meter-Boot kaufen mit einem 15 PS Motor, fährst halt nur 10 kmh oder so, aber zum Rumtuckern, also sagen wir mal, du nimmst ein 5-Meter-Boot, das wäre schon ausreichend, hängst da 15 PS dran, das reicht, um irgendwie von, weiß nicht, ein bisschen um Seligenstadt rumzutuckern oder so, das reicht. Und ist Führerschein frei. Ohne Führerschein. Ich kann mich da einfach dran stellen. Du musst das Boot zulassen, that's it. Aber ich habe doch keine Ahnung von den Regeln. Nee, hast du auch nicht. Fahr halt nicht in andere Boote rein. Das ist die Regel. Also die wichtigste Regel beim Bootfahren ist, beide weichen nach rechts aus. Ah, okay. Das ist eigentlich immer so die Grundregel. Wenn du auf Kollisionskurs bist, beide weichen nach rechts aus. Fertig. Das mit den Bojen ist für Sportboote relativ egal. Wenn du keine Lichtkenntnisse hast, dann darfst du halt nicht nachts fahren, aber ansonsten 15 PS ist Führerschein frei. Krass. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht mehr passiert und sich nicht mehr Menschen selbst mit so einem Boot in die Luft jagen oder so, aber 15 PS ist Führerschein frei. Ich glaube ab 16. Ab 16? Also du darfst auf jeden Fall den Bootsführerschein ab 16 machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre man jetzt Führerschein frei dann 15 PS fahren darf. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Naja, auf jeden Fall hat mein Papa dann halt dieses kleine Boot mit 5 PS geholt. Das war uns natürlich irgendwann zu klein und wir haben gemerkt, ey, Boot fahren schon übel geil. Dann hat er sich ein gebrauchtes Boot gekauft und seitdem sind wir immer Boot gefahren. Ich immer am Wakeboarden und Tube fahren hinten, also mit so einem Reifen, der rumfetzt. Ja, und so kam das. Und deswegen bin ich seit Jahren Wassersport begeistert und deswegen bin ich extrem hyped, morgen hoffentlich aufs Wakeboard zu kommen. Weißt du, dass du auch dieses Jahr mal machen musstest? Mhm. An so eine Wakeboard-Anlage. Ich habe noch mal Bock drauf. Ich habe jetzt zwei. Also es gibt noch eine andere, die ich noch testen will. Ich weiß nicht, ob ich das noch aufhabe im Browser. Muss ich mal gerade gucken. Also ich bin ja immer im WWZ in Heuchelheim bei Gießen. Und es gibt da, nee, ich habe es nicht mehr offen. Aber ich weiß, wen ich fragen muss, der mir das erzählt hat. Es gibt noch eine andere, die auch ungefähr ein Stündchen von hier ist. Ja. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Bin ja immer dabei. Dann kann ich mich wieder angucken, wie der Alex tausend mal ins Wasser fetzt. Ich würde das diesmal gerne schaffen. Ja. Nach dem letzten Mal hätte ich Bock drauf. Und ich hätte gerne diesmal an Bord dabei, mit dem ich über Rams und Rails fahren darf. Und nicht wieder gesagt bekommst danach, ja, darfst du nicht. Ja, das war schon ein Reinfall. Ja. Der hat mich damals gefragt, als wir beim Shisha-Blogger-Meet, waren wir ja in so einer Wakeboard-Anlage. Und dann fragt er so, kannst du fahren? Und ich so, ja. Und dann meinte er so, ah, dann gebe ich dir ein gutes Bord. Und ich so, okay, gerne. Und dann fahre ich so meine erste Runde einfach so im Warmwerden so normal und fahre dann über einen Kicker. Und er guckt mich nur so an und sagt so, ich wusste nicht, dass du Kicker fahren willst. Du darfst mit dem Bord gar nicht Kicker fahren. Und ich so, ah, perfekt, danke dir, Digga. Dann fahre ich jetzt wohl einfach nur im Kreis. Ja. Ja. Genau. Morgen also hoffentlich die erste Runde Wakeboarden. So ist das. Bin ich mal gespannt. Und ansonsten gibt es bei mir nur Sport, Work, Sleep, Repeat. Ziemlich langweilig. Aber so ist es. Ja. Man kommt dann irgendwie so in seinen Daily Grind. Und wir müssen ja auch noch viel fertig kriegen und vorbereiten, weil wir wollen ja in mittlerweile nur noch zwei Wochen, oh Gott, wenn ich das ausspreche, da kraut es mir schon wirklich davor. In zwei Wochen sind wir schon wieder aus dem Leben genommen, weil wir wollen nach Sevilla fliegen. Da ist nämlich die Shisha-Messe in Schepanien. Genau. Und da hat uns Hukain netterweise eingeladen. Da fliegen wir am 16. in Frankfurt los. Ab nach Jerez erstmal. Und dann werden wir da abgeholt. Jerez. Und fahren nach Sevilla rein. Und dann geht es am 17. glaube ich auch schon direkt los mit der Messe. Ja, am 16. fliegen wir. Und dann fahren wir auch, glaube ich, hoch. Dann schlafen wir eine Nacht und dann ist schon Messe. Wobei die Messe in Spanien natürlich ein bisschen anders abläuft. Die ist ja immer abends. Also die fängt erst um 18 Uhr an, genau, bis Mitternacht. Ist auch, glaube ich, besser, weil in Sevilla, ich kann mal gucken, wie das Wetter gerade in Jerez und in Sevilla ist, aber das wird auf jeden Fall eine ganze Ecke heißer als bei uns. Beziehungsweise ist ja bei uns auch eigentlich gerade warm. Ich sehe auch gerade heute um 19 Uhr soll es regnen, Alex. Sogar gewittern. Oh, shit. Mein Dachfenster ist noch offen. Das ist natürlich ungünstig. Ich hoffe, da ist jemand daheim, der das zumachen kann. Also in Jerez sind es jetzt gerade 24 Grad. Ah, da ist aber ein kleines Tief. Also die ganze nächste Woche ist da über 30 Grad. 31, 32, 33, 34, 33, 32. Vor allem, man muss halt noch dazu sagen, dass die Sonne in Spanien halt nochmal ganz anders knallt als hier. Also als wir im April da waren, war es ja auch so, da hast du dich gefühlt wie jetzt hier mit 25, 30 Grad, wo es da gerade mal 20 Grad war oder sowas. Und wenn du dir jetzt vorstellst, die Messe ist draußen. Du stehst da in der knalle Sonne bei 34 Grad und willst da mal einen schönen Darkblend probieren. Also da wird es die Leute wahrscheinlich reihenweise wegscheppern. Deswegen ist das schon besser, dass die abends ist. Und stell dir mal vor, Golden Hour, also Golden Hour für die nicht Fotografie bewanderten Leute, ist die letzte Stunde, wo das Sonnenlicht da ist. Und die ist von der Fotografie und Cinematographie besonders wichtig, weil das Licht in einem so wunderschönen Winkel und Farbton auf uns fällt, dass alles einfach geil aussieht. Literally alles, was du filmst, ist in der Golden Hour viel schöner. Und dann Golden Hour und du läufst auf die Messe und dann probierst du da geile Sachen. Du hast dieses Spanienfeeling, das ist Outdoor. Das wird Killer. Das wird absolut Killer. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, was wir tagsüber drei Tage ins Sevilla machen wollen. Ich habe keine Ahnung. Am Ende setzen wir uns in die Poolhöhle. Hoffentlich haben wir einen Pool. Wenn wir einen Pool am Haus hatten, wäre das Killer. Wir brauchen einen Football. Und wir brauchen wieder einen Football. Ja, safe. Aber das wird auf jeden Fall geil. Genau, das haben wir auf jeden Fall vor. Und deswegen muss auch gerade viel Work sein, weil wir da schon wieder vier Tage in Spanien sind. Den Tag davor und den Tag danach kannst du meistens auch noch knicken. Das heißt, wir sind schon fast wieder eine komplette Woche aus dem Leben genommen. Und für diese Woche muss natürlich auch Content vorproduziert werden. Und ich denke mal, ich werde es nicht schaffen, wie jetzt zum Beispiel letztes Mal, dass ich dort Content machen kann. Also Daily Content. Deswegen werde ich da auf jeden Fall gucken, dass ich da irgendwas vorproduzieren kann. Und das wird stressig. Ja. Bin ich sehr gespannt. Aber wo wir es gerade schon von der Shisha-Messe in Spanien hatten. Wir hatten ja auch gerade eine in Frankfurt. Ja. Beziehungsweise, was heißt auch gerade, das ist schon wieder ein paar Wochen her. Aber, also ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, bei dir war viel los und so. Aber ich bin auch in so ein kleines Loch gefallen nach der Messe. Also ich war wie so ein bisschen erkältet und einfach schlapp und wirklich am Arsch. Also die drei Tage Messe mit wenig Schlaf, ultra viel Action. Kaum Ruhe, dauerhafte Anspannung. Die haben mir einfach jegliche Lebenskraft ausgesaugt. Das war auch übertrieben geil. Und deswegen habe ich das auch die drei Tage sehr, sehr genossen. Auf der anderen Seite war ich danach halt auch erstmal wirklich, also ich glaube eine Woche habe ich nichts zustande gekriegt. Ne, also ein paar Tage danach war ich auf jeden Fall auch am Arsch. Ich weiß noch, wie ich Sonntag von der Messe weggefahren bin, nach Abbau. Bin ich nach Hause, habe noch meine Freundin abgeholt. Ich bin dann zu mir. Ich habe mir einen Kopf gemacht, habe mich auf die Couch gesetzt und bin instant eingepennt. Du hast jetzt zwei mal am Kopf gezogen, oder was? Ja, ungefähr so. Ich bin mit einem Schlauch in der Hand, bin ich auf der Couch weggepennt. Weil ich so am Arsch war. Ich bin dann nachts aufgewacht und war wie aus dem Leben gestreut. Lief die Pfeife noch? Lief die Pfeife da noch? Hast du dann weitergeraucht? Ich habe es probiert, aber ging nicht mehr. Schade. Ja, aber auch die Tage danach waren echt noch so Hangover-mäßig. Also es war wirklich krass. Also wirklich, als hätte ich gesoffen wie noch nie in meinem Leben. Aber man muss halt auch sagen, die Messe war wirklich krank. Ich meine, es waren drei Jahre keine Messe. Ja. Und dann, es war auch ein geiles Gefühl. Weißt du, was ich auch glaube? Das war einfach so Sensory-Overload. Das war einfach zu viel für das komplette Nervensystem. Auf einmal wieder so viele Menschen und so laute Musik und alles so voll und so viele Eindrücke. Und ich glaube, das war wirklich einfach so ein bisschen nach den fast zwei Jahren, wo alles Soziales so krass eingeschränkt war, war das einfach too much auf einmal. Glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich bin ja Donnerstag schon das erste Mal auf die Messe gefahren. Du ja auch. Und ich habe dann noch beim Aufbau vom Stand bei Hooker Squeeze geholfen, bin noch ein bisschen rumgelaufen, habe mir ein paar Stände schon mal angeguckt, wie es da aussieht. Zumindest die, die schon aufgebaut waren. Die schon aufgebaut waren, ja. Also zwei, drei. Und ich war richtig hyped. Ich hatte richtig Bock. Ich bin da rumgelaufen, habe mich richtig auf die nächsten drei Tage gefreut. Und dann auch, als ich Freitag hingefahren bin, dann gab es erstmal einen kleinen Downer, weil ich bin los. Und dann ruft mich, ich war auf der A3 und da ruft mich Dennis schon an. Also DG Video Production kennen auch schon einige mittlerweile gerade, weil er mit dir auch rumgelaufen ist, der gefilmt hat. Habe ich angerufen und gemeint, Alex, bist du schon da? Ich so, nee, ich stehe gerade auf der A3, aber ich sollte eigentlich pünktlich da sein. Ja, du kannst eine Stunde plus einrechnen, weil die stehen alle vorm Tor. Und ich so, ach, wenn die jetzt stehen, dann wird das später bestimmt weg sein. Ich komme da an und da steht schon eine Schlange 500 Meter vorm Tor. Und ich denke mir so, ich bin ja Donnerstag schon reingefahren, weiß, wie lange der Weg dahin noch ist. Und dachte mir so, nee, das kann jetzt nicht wirklich wahr sein. Und ich stand da wirklich eine Stunde lang und war um halb elf oder sowas erst in der Messe drin. Aber das, ich habe es nicht gecheckt. Also die Organisation da hinten war auf jeden Fall komplett lust. Es war halt, das Problem war, dass nur ein Tor offen war. Die hätten wirklich zwei Tore aufmachen müssen. Dann wäre das ein bisschen einfacher gelaufen. Bei mir war es ähnlich am Freitag. Am Freitag, also mein Messeplan war eigentlich am Freitag nur durch Hasseln, damit das Video freitags im Kasten ist, dann geschnitten werden kann und so schnell wie möglich online kommt. Und deswegen wollte ich Freitag super früh auf der Messe sein. Habe mir extra noch ein Hotel von Donnerstag auf Freitag genommen, obwohl ich nur eine halbe Stunde zur Messe fahre. Das ist leider genau das andere Ende von Frankfurt. Das ist halt wirklich scheiße für uns. Aber naja, wir wohnen immer noch so nah dran, dass wir heimfahren können. Also hören wir mal auf, rumzuhäulen. Andere sind fünf Stunden auf die Messe gefahren. Ich muss sagen, das war auch echt schön für mich, dass ich mein eigenes Bett zu Hause hatte. Das hat mir echt gut getan, dass ich da in Ruhe pennen konnte. Im Endeffekt lerne ich es immer wieder neu über mich selbst, aber irgendwie merke ich es mir nicht. Ich kann mir Hotels einfach sparen. Ich schlafe einfach nicht in Hotels. Ich weiß nicht, was das mit mir und Hotels ist, aber ich schlafe einfach immer scheiße im Hotel. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, so ein krasses Gewohnheitswesen. Ja, das Ding ist halt bei dir auch, dass es einfach von den Maßen her einfach beschissen ist. Also ich brauche halt eine feste Matratze, weil ich halt so viel wiege. Ich habe halt daheim ein großes Bett. Also ich schlafe alleine in 1,60 Meter mal 2,20 Meter. Und wenn am Ende vom Bett irgendeine Begrenzung ist, dann passe ich da schon einfach nicht rein. Ja. Also wenn es 2 Meter lang ist mit Begrenzung, dann passe ich da nicht rein. Wenn es 2 Meter ohne Begrenzung ist, dann können die Füße wenigstens raushängen, was aber auch nicht komfort ist. Also, ja, es ist jetzt wieder viel First World Problems, aber ich bin halt leider sehr, sehr groß. Und deswegen passe ich halt nicht in alle Betten rein. Oder Flugzeuge, Busse, Autos, alles. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir super früh dahin und ich bin voll motivierter Freitags rein und wir waren vor dem großen Ansturm auch drinnen, haben die Kameras aufgebaut, sind da reingelaufen und haben gesehen, es ist noch nichts fertig. Und die Messe sollte in einer Viertelstunde aufmachen. Offiziell. Es waren teilweise Freitagmittags noch manche Stände nicht aufgebaut. Ja. Ja, Freitagmittags ist jetzt... Nee, also teilweise waren es 1, 2... Aber wenige, wenige. Wenige Ausnahmen. Aber trotzdem, du läufst da vorbei und dann ist da ein Stand. Dann ist da einfach leer beziehungsweise es liegt so ein paar Paletten rum. Und ein bisschen teppisch schon ausgerollt oder so. Und das war's? Und that's it, ja. Ja, auf jeden Fall mussten wir dann das Drehen noch ein bisschen verschieben, aber dann haben wir den Plan auch durchgedreht, durchgezogen. Wir haben, also wir waren zu viert unterwegs. Ich hatte den Dennis an der A-Kamera, den Basti an der B-Kamera und die Anna war Assistenzkamera A. Die musste nämlich gucken, wenn ich vorwärts gelaufen bin, der Dennis rückwärts vor mir gelaufen ist, um mich zu filmen beim Laufen, dann hat Anna praktisch den Dennis gehalten, so an der Schulter, und hat den geführt, damit der nicht einfach rückwärts irgendwas mit 7000 Euro in der Hand reinläuft. Weil da war meine A7S drauf, die kostet vier. Dann war da noch der Gimbal, das Sigma-Objektiv und, und, und. Also keine Ahnung, das Setup von der Kamera A waren glaube ich so 7000 Euro und Kamera B insgesamt wahrscheinlich auch so, also wir sind dann mit 10.000 Euro an Kamera-Equipment rumgelaufen und haben dann den ganzen Freitag durchgedreht. Ja. Krass. Ja. Und dann kam der Samstag. Ja, also ich muss da sagen, bei mir war Freitag eigentlich geplant, dass das so mein freier Tag ist, wo ich ein bisschen umlaufen kann. Ich habe nichts Produktives geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein bisschen umgelaufen. Du hast mir Samstagmorgen erzählt, Marvin, ich wollte gestern auch filmen. Ich habe nur ein Intro. Ja, ich habe nichts geschafft. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe nichts geschafft. Ja. Keine Ahnung. Ja, und dann kam der Samstag. Ja, und am Samstag war es gut voll, Freunde. Ja. Also wirklich richtig gut voll. Das war natürlich auch sehr geil, dass so viele Leute da Interesse dran hatten. Allerdings war es Samstag schon wirklich grenzwertig. Also ich glaube, die hätten keine 20 Mann mehr reinlassen können und dann wäre aber auch Overload. Also ich muss ja sagen, ich habe ja am Squeeze-Stand gearbeitet am Samstag. Das war geisteskrank. Also das Ding war halt auch, dass wir halt wollten, dass die Köpfe durchgehend gut laufen. Wir wollten halt nicht so einen Stand haben, wo die Pfeifen entweder aus sind oder verbrannt sind. Ja. Ihr hattet aber auch einen der wenigen Stände, wo die Köpfe immer hervorragend waren. Das freut mich zu hören. Ja. Habe ich aber von vielen gehört. Ja, ich auch ehrlich gesagt. Das hat mich auch echt gefreut. Aber wir haben halt wirklich Köpfe gebaut, hatten dann 10 Minuten Pause. Pause war eigentlich dann sauer machen von den anderen Köpfen und aufsetzen. Und dann eigentlich direkt wieder die nächste Runde, dass die Köpfe halt dauerhaft am Laufen sind. Und das war halt, du kannst dir halt nicht vorstellen, also du kannst es wahrscheinlich schon vorstellen, aber es ist halt so krank, dass du eigentlich die ganze Zeit am Baum bist, dann redest du mit den Leuten. Dann, was ich auch krank fand, dass da wirklich Leute zum Stand gekommen sind und gefragt, Alex, kann man mal ein Foto machen? Das ist immer noch so, also ich finde es geil, aber es ist immer noch so surreal für mich. Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin auch gar nicht klargekommen auf der Messe. Also ich habe Freitag irgendwie, weiß nicht, 20 Fotos oder so mit Leuten gemacht und ich dachte mir schon, so heilige Scheiße ist das viel. Ja, dann kam der Samstag. Am Samstag haben wir uns dann kurz in der Lounge versteckt, weil wir halt das Video schneiden mussten. Also wir haben uns jetzt nicht einfach grundlos versteckt, sondern wir wollten halt arbeiten und wenn du draußen gesessen hast, ging das halt einfach nicht. Deswegen haben wir uns da reingesetzt. Also es gab von der Shisha-Masse selbst so einen abgetrennten Bereich, habt ihr bestimmt gesehen, mit so einem Glaskasten. Und da haben wir dann kurz drinnen gesessen, einen Kopf geraucht und dabei das Video weitergeschnitten. Aber immer, wenn ich draußen rumgelaufen bin, das war wirklich geisteskrank. Also ich raffe immer noch nicht, was da abgeht. Und bei der letzten Messe hatte ich ja irgendwas zwischen 8.000 und 9.000 Abonnenten und da hat es auch ein paar Leute gejuckt. Aber heilige Scheiße, das ist ja absolut kein Vergleich zu diesem Jahr gewesen. Das war wirklich geisteskrank. Also ich weiß nicht, wie viele hundert Fotos ich gemacht habe, aber auch nochmal ein dickes Dankeschön an jeden, der dann da Interesse gezeigt hat, der vielleicht sogar noch das SWG-Monstück dabei hatte. Das war wirklich, also wie viele Leute da mit dem SWG-Monstück rumgelaufen sind. Das fand ich auch fast. Das hat mich so gefreut. Ich habe auch zu jedem, immer wenn einer so an mir vorbeigelaufen ist mit dem SWG-Monstück, weil ich so, ah! Also, mhm. Ja, so um euch mal, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, wie stressig das für uns war. Wir beide haben uns auf der Messe eigentlich kein einziges Mal gesehen, während die Messe lief. Wir haben uns Samstag, kurz davor oder danach mal gesehen. Aber ansonsten während der Messe eigentlich nie. Nada. Ich habe auch zum Beispiel Maxi von Allgäu. Hab ich den nicht einmal gesehen? Ja. Wir waren drei Tage auf derselben Messe, in einer Halle. Ich habe den nicht einmal gesehen. Ja, der hat mal kurz am Squeeze-Strand gechillt, da habe ich ihn gesehen, aber viel mit ihm geredet habe ich halt auch nicht. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Ja. Hätte ich nicht in seinen Storys gesehen, dass er da ist, hätte ich gesagt, ne, der war nicht da. Ja. Ja. Total krank. Ja, auf jeden Fall habe ich den restlichen Samstag dann eigentlich nur am Moses-Stand verbracht und habe halt gesagt so, hey, ne, wenn jemand irgendwie vorbeikommen will, quatschen oder so, ich bin am Moses-Stand und da waren dann auch ein paar Menschen. Und dann war ich den restlichen Samstag am Moses-Stand. Auf der einen Seite war das wirklich wunderschön. Es gibt nur einen Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Ich habe nichts von der Messe mitgekriegt. Ich habe Freitag nur gedreht, Samstag nur mit Leuten gechillt, Sonntag genau dasselbe, nur dass ich da nochmal einen Kopf hier und da in der Lounge geraucht habe. Aber also, voll viele Leute haben auch gesagt, und jetzt erstmal eine Woche Shisha-Pause nach so viel Pfeife rauchen, oder? Und ich so, Digga, ich weiß nicht, auf was für einer Messe du warst, aber ich bin fast gar nicht zum Rauchen gekommen. Also, an einem Wochenende daheim rauche ich doppelt so viel, wie ich auf der Shisha-Messe geraucht habe. Safe? Ja, zu 100 Prozent. Ja. Ich habe noch eine lustige Story. Und zwar, ich muss dir vorstellen, wir hatten am Squeeze-Stand, wollte ich natürlich eine Pfeife haben mit Doppelapfelminze. So, Doppelapfeltabak mit der Minzpaste und ein paar Drops drauf. Und wenn einmal Doppelapfel lief, dann musst du die eigentlich durchrauchen. So, ich habe aber gesagt, oder ich habe für mich gesagt, das ist natürlich jedem selber überlassen, ich versuche, an keiner Tasting-Pfeife zu rauchen. Wir hatten uns hinten im Squeeze-Stand immer mal eine Pfeife angehabt oder ich bin mal in den Lounge gegangen und habe da eine Pfeife geraucht, aber an den Tasting-Pfeifen habe ich eigentlich gar nicht geraucht. Habe ich auch so gemacht. Also, Freitagvormittags, als wir angefangen haben zu drehen, habe ich schon mal hier und da ein bisschen was probiert, aber sonst habe ich auch nicht so viel. Also, ich habe versucht, das schön einzuschränken. Ja. Und dann standen vorne am Squeeze-Stand, Leute haben gesagt, der Kopf ist so heiß, den kannst du nicht rauchen. und ich halt so gesagt, ich habe halt gesagt, ich wollte die ungern wieder reparieren. Ja. Und Tobi hat ja auch am Squeeze-Stand gearbeitet und der hasst ja Doppelapfel. Mhm. Und du weißt ja, wie es ist, wenn ein Doppelapfel heiß ist und dann auch mit Minze und Cooling ist, es kann schon gut reinhauen. Ja, habe ich gesagt, ich musste den Tobi überreden, dass er eine Pfeife zieht, weil der hat auch hin und wieder mal zwischendrin mal drangezogen. Und da habe ich gesagt, hier zieh mal dran. Und er halt nicht irgendwie so leichtgezogen, sondern richtig schön festen Zug. Rein da. Er saß zehn Minuten am Stand, der hat fast gekotzt. Der war komplett dead. Your weakness disgusts me. Er konnte gar nichts mehr. Das fand ich so schön. Ja. Krip. Ja. Krip. Ja, das war auf jeden Fall so unsere Messe Experience. Ja. Wie das einfach so die, wie die Eindrücke so auf uns gewirkt haben. Aber es gab ja auch einige neue Sachen zu sehen. Ja. Also um da zum Beispiel mal anzufangen, wie gesagt, bei mir mit der Tyrant Hooker. Da habe ich aber ja schon ein bisschen was zu erzählt. Aber der Alex hat, ja. Bevor wir die komplett neuen Sachen von vorne aufrollen, zwei Fragen. Mhm. Hast du ein Messe-Highlight? Und welchen Stand fandest du am schönsten oder beeindruckendsten? Also wirklich rein optisch vom Stand? Ja, genau. Boah. Ich glaube, am schönsten fand ich den Shisha-Kartellstand. Mhm. Der war einfach wunderschön von der Aufmachung her. Dieses irgendwie, wie so ein Gangster-Hideout. Aber schon so sehr stilmäßig. Also wie so ein, wie so der Hauptsitz vom Mafia-Boss. Ja, also ich habe mich gefühlt, also ich würde es so beschreiben, du läufst in die Villa von Pablo Escobar rein. Ja, ja, ja. So hat sich das so ein bisschen angefühlt. Genau. Ja, das ist echt so. Entweder der oder ich hätte noch gesagt Lira, weil der war auch sehr beeindruckend, der Stand. Auf der anderen Seite, was mir bei Lira wirklich geisteskrank auf den Sack gegangen war, waren diese komischen Promo-Leute. Ja. Du bist am Lira-Stand vorbeigegangen, auf einmal haben die dir irgendwelche Papiergeld-Scheine gegen den Kopf geworfen. Ich war so, Digga, warum fuckst du mich hier ab? Soll ich dir auch mal ein bisschen Papiergeld in die Fresse werfen? Was ist das? Also, das ging mir wirklich auf den Sack. Aber abgesehen davon, so rein der Stand, war Lira schon sehr, sehr, sehr schön und halt auch wirklich riesig. Revoschi fand ich cool gemacht, vor allem, weil Revoschi irgendwie so dieses Motto Revo-Camp aufgegriffen hat, für den Revoschi stand. Und was ich geil fand, so Lira war groß und Shisha-Kartell war auch nicht klein. Es gab einige große Stände, aber Revoschi hatten wirklich einfach große Hangout-Areas, wo du dich mit den Jungs hinsetzen konntest oder mit den Mädels, also wo du dich mit deinen Leuten hinsetzen konntest und halt ein bisschen Pfeife rauchen konntest. Und das gab es relativ selten. Also Holster hatte natürlich die Holster-Lounge, aber ich glaube, Revo war einer der wenigen Orte, wo man sich hinsetzen konnte und einfach mal eine Pfeife rauchen konnte. Einfach so, ohne jetzt Ticket kaufen, pipapo. Einfach hinsetzen, chillen und fertig. Ja. Und das fand ich schon sehr, sehr cool von Revo. Deswegen würde ich Revo da gerne einen honorary Mention geben. Aber ich glaube, ich gehe mit Shisha-Kartell. Bei dir? Ja, ich bin genau der gleichen Meinung. Also ich hätte auch gesagt, SK wäre bei mir so Platz 1, weil es einfach die, du hast gesehen, dass die ein richtiges Konzept dahinter hatten. Eine richtige Aufmacht und das fand ich halt geil. Und deswegen wäre auch von der Ansichtsweise Platz 2 bei mir auf jeden Fall Revo, also Revoschi, weil einfach diese Aufmacht mit dem Revo-Camp plus halt die Größe und was die daraus gemacht haben einfach echt krank war, fand ich. Und ansonsten muss ich halt sagen, so der krasseste Stand, auch wenn ich mich so mit Leuten danach unterhalten habe, wo ich vielen Recht geben musste, war halt doch irgendwo Holster. Einfach nur, weil ich finde, du hast dich auf der Messe oder gerade wenn ich mal rumgelaufen bin, hast du dich immer irgendwie am Holsterstand orientiert. Also immer, wenn Leute gefragt haben, so wo ist der Stand, wo ist der Stand, bist du immer vom Ausgangspunkt Holsterausgang gesagt, so da hinten rechts vom Holsterstand zwei Meter weiter. Und das war schon so ein Ding, wo Holster halt so den Krisenstand in der Mitte hatte, wo du halt wirklich einen Orientierungspunkt hattest und das war schon krass auf jeden Fall. Das stimmt, Holster hast du echt immer von überall gesehen, gewusst, gemerkt. True. Ja, Holster fand ich auch sehr cool. Vor allem, was ich bei Holster so nice finde, ist, dass man halt immer an die Geschichte von dieser Firma denken muss, dass die halt vor ein paar Jahren Molasse auf einer Garnitur, also so einer Holz, wie nennt sich das? Garnitur, ja. Auf einer Garnitur haben die sich auf Shisha-Treffen gestellt und haben da Molasse verkauft und mittlerweile ist das eine riesige Firma. Einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Tabakproduzenten. Finde ich schon wirklich saubereindruckend, dass sie da jetzt so einen riesen Stand haben, der auch noch sehr, sehr cool war. Ja, safe. Und auch mit großer Lounge-Area. Was ich ein bisschen schade fand, war irgendwie, welcher Tabak war das nochmal? War das der Dark Blend? Irgendwie da stand OutNow und dann war ich so, kann ich den probieren? Ne, den haben wir nicht dabei. Und ich so, wie? Welcher Dark Blend? Na, die bringen ja den Holster Grape 2 als Dark Blend und den Bloody Punch als Dark Blend. Das habe ich nicht bekommen. Ja, hättest du mal mein Messe-Video geguckt, Alex. Tja. Schlimm, ne? Übrigens, kann ich mal einen kleinen Shoutout an der Stelle geben. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit dem Video. Audio-Qualität ist leider halt relativ scheiße, weil wer auf der Messe war, weiß, wie laut das da war. Das war sehr schwer. Basti hat da sein Bestes versucht, hat auch noch einiges aus dem Ton rausholen können. Ich finde es akzeptabel, ist aber eigentlich, also akzeptabel ist eigentlich nicht mein Qualitätsanspruch. Nicht ein Standard, ja. Wir haben es letztens im Stream durchgespielt. Ich müsste ungefähr 6.000 Euro ausgeben um Mikrofone, zwei Funk-Mikrofone, sodass ich Interviews führen kann mit XLR, die in die Kamera gehen, damit die Audio-Qualität besser werden würde. Und das für ein bis zwei Videos im Jahr, wo das relevant wäre. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Aber ich fand es halt geil mit deinen, mit den Böpfeln um drauf, mit den SWG-Mikrofonen. Das war schon echt cool, muss ich sagen. Ja, also was ich eigentlich gerade noch nur erwähnen wollte, war, wenn ihr nicht nur von uns hören wollt, wie das mit der Messe war, dann könnt ihr euch sehr gerne das eine Stunde, 40 Minuten lange komplette, ich will es fast Messe-Doku nennen, könnt ihr euch da sehr gerne reinziehen, ist auf youtube.com slash shisha-WG, kennt ihr wahrscheinlich, und da könnt ihr euch nochmal das Messe-Video reinziehen. Was halt im Video geil ist, muss man halt einfach sagen, für jeden, der nicht auf der Messe war, kriegt er eigentlich alle Eindrücke, weil du ja wirklich... Ein paar Sachen sind halt nicht drin, also hätte ich wirklich jeden einzelnen Stand gezeigt, wäre das Ding, glaube ich, drei Stunden lang gewesen. Ja, aber du bist ja wirklich zu den Hauptständen, oder zu extrem vielen Ständen hingegangen, hast dann auch mit den Leuten wirklich Interviews geführt, mit denen gesprochen, was ist Neues, was sind die Gedanken dahinter und so weiter, und das ist halt, so einen Einblick kriegst du wahrscheinlich nicht mal, wenn du auf der Messe selber warst. Bei vielen Sachen würde ich sagen, auch Leute, die auf der Messe sind, werden von dem Messe-Video noch einige Sachen lernen, die man normal nicht auf der Messe mitbekommen hat. Allein das Gespräch mit dem Eugen von Blackburn und so, also ich war ja da der Erste, der von Blackburn wusste. Wäre das Video früher rausgekommen, hätte ich das sogar announced mit Blackburn, bevor Blackburn selbst es bekannt gegeben hat. Aber gut, wir hatten halt insgesamt 500 Gigabyte Videomaterial, das hast du halt auch nicht in einer halben Stunde runtergeschnitten. Also der Basti hat da immer teilweise nachts bis 3, 4 Uhr geschnitten, damit das Ding dann Sonntag online gehen konnte. Ja, ich war ja mit Dennis nochmal unterwegs gewesen. Aber das wäre noch ein Real-Life-Thema. Ich war mit Dennis auf ein Mero-Konzert. Stimmt, stimmt, stimmt. Das musst du dir jetzt für die nächste Folge aufheben, weil wir müssen echt langsam zu den News kommen. Auf jeden Fall habe ich mit Dennis ja noch ein bisschen drüber gesprochen, er hat mir das so ein bisschen erzählt, wie es ablief und es ist ja echt geisteskrank gewesen. Also der Workload, was er da hatte, das war ja ganz anders. Ja, da auch nochmal ein dicker Kuss an Dennis, Basti und Anna, dass sie das so mitgemacht haben. Gerade Dennis, der die ganze Zeit, ihr müsst euch vorstellen, Dennis ist wie groß? 1,80, würde ich sagen. Und er hatte die Cam auf einem Gimbal und musste diesen Gimbal mit der Cam dann auf meinen Kopf, auf meine Kopfhöhe halten. Das heißt, er musste immer die Kamera irgendwie nochmal 10 Zentimeter über seinen Kopf halten, damit das ungefähr auf meiner Augenhöhe war. So, und wir haben literally den ganzen Freitag gedreht. Das heißt, das war ein 8-Stunden-Arbeitstag, wo er die ganze Zeit irgendwie einen 5-Kilo-Setup über den Kopf halten muss. Non-stop. Dass dein Arm da nicht durchgebrochen ist, das verstehe ich auch nicht. Dennis hat mir auch am nächsten Tag gesagt, Marvin, ich habe so geisteskranke Schmerzen. Er hat mir auch erzählt, er hat gemeint, ich habe Muskelkarte, den hatte ich vorher noch nie. Ja, der arme Junge. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Das Messevideo haben viele geguckt. Ich glaube, es hat schon 30.000 Aufrufe. Ach, krass. Für ein Messevideo würde ich sagen, gar nicht so übel. Ja. Wo ist es? Ja, 32.000 Aufrufe hat das schon. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns in ein paar Jahren nochmal sehr, sehr schön angucken können. Weil das ist halt irgendwie geil, ne? So, von damals gibt es nicht so viel Content und jetzt wird so viel Content produziert, dass es für uns in Zukunft alles super geil nachzuvollziehen sein wird, wann was in der Shisha-Szene passiert ist. Safe. So, wann kam denn nochmal die Breeze 2 raus und wie war das denn damals? Das ist ja heute für mich schon so, wenn ich das Breeze 2 Video gucke, das ich literally im Wohnzimmer gedreht habe. Wo ich extrem drauf gespannt bin, so gerade mit Hinblick auf, wie war das damals, wie sich das mit dem NevoTech verhalten würde. Oh, true. Sehr guter Übergang hier in die News-Rubrik. Der NevoTech ist der EHMD-Aufsatz von der Aeon Group. Also früher SheTech ist jetzt aber NevoTech und gehört jetzt zur Aeon Group. Was ich einen sehr, sehr geilen Move finde, weil Aeon hat ja doch ein klein wenig Expertise, wenn es rund um das Thema Wasserpfeife rauchen geht und dass die Jungs da jetzt zusammenarbeiten, also die SheTech-Jungs und die Aeon-Jungs, dass die da zusammengefunden haben und jetzt zusammen da NevoTech draus machen, finde ich sehr geil. Man muss dazu sagen, man konnte das natürlich auf der Messe probieren und viele waren damit, ich sag mal, eingeschränkt zufrieden. Also das Feedback, was ich am meisten so gehört habe, war, die Idee ist super geil, aber es funktioniert halt noch nicht perfekt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das Teil auf der Messe auch nur auf Stufe 2 oder 3 von bis zu Stufe 6 lief. Das heißt, das ist eigentlich kein großes Wunder, dass da jetzt nicht die Mega-Rauchwolken rauskamen. Und wie du vorhin schon beschrieben hast, die meisten Köpfe auf Messen sind eh immer für den Arsch, weil da tausend Leute dran ziehen, das Ding, also gute Köpfe auf der Messe anzubieten, ist wirklich unglaublich schwer. Und so ging es natürlich auch NevoTech, gerade natürlich mit dem eHMD. Der ist für mich auch noch nicht ganz ready. Ich bin gespannt, wenn die das jetzt noch weiter optimieren. Die haben sich noch Tester gesucht und so und werden da jetzt weiterhin dran arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, wie das werden wird, weil ich kann mir das wirklich extrem geil vorstellen. Sam. Also ich hatte leider nicht die Chance gehabt, das zu probieren. Also ich habe mir halt selber gesagt, ich probiere nicht an den Ausstellerpfeifen und hinten hatten die leider keinen mehr, wo ich mal im Geschäftsmeeting war. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, aber ich habe Mo gestern schon gefragt, ob sie nicht noch einmal im Office haben, dass man vielleicht mal vorbeikommen könnte, um da mal zu probieren. Und da werde ich den auf jeden Fall in nächster Zeit mal testen, weil ich bin da echt Hype drauf, weil ich habe es da früher schon mitbekommen, da hast du mir von Skitec mal erzählt gehabt, dass ihr euch, habt ihr euch in der Plurba mal getroffen? War das nicht was? Hier, der ist mal vorbeigekommen, der Timo. Ah, okay. Und ich war ja auch noch mal in Münster, als wir die Al-Wazir-Fabrik angeguckt haben. Und dann hat mir der Timo auch geschrieben, ey, du bist in Münster? Und ich so, ja, wieso? Ja, ich wohne in Münster. Und dann bin ich auch mal bei ihm vorbeigekommen. Dann sind wir mal durch seinen Bastelkeller, wo er da alles angefangen hat und so. Dann lagen da ganz viele Sachen rum und so. Das war schon sehr cool. Der Timo ist auch echt ein aufgeweckter Junge. Und der ist übertrieben motiviert. Der ist wirklich so, der hat schon so ein bisschen dieses Business-Mind, aber hat auch dieses verrückte Tüftler-Mind. Und die beiden zusammen sind eine sehr, sehr coole Kombi. Und der Timo ist auch echt einfach ein aufgewecktes junges Kerlchen. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, der ist 22 oder so. Ach, 23. Und versucht, sich komplett selbstständig zu machen mit einer disruptiven Evolution. Ja. Also, es ist ja wirklich krass. Also, da grüßen Respekt an den Timo. Ich hoffe, dass die da weiterhin dranbleiben. Aber ich denke, gerade jetzt noch mit der Verstärkung von der E.ON wird das auf jeden Fall sehr geil. Ja, ich bin da auf jeden Fall halb drauf. Aber wenn wir gerade in die News-Rubrik eh einsteigen, wollen wir da nicht direkt bei E.ON und Vi-Reply. Beziehungsweise wahrscheinlich, obwohl ein Produkt von E.ON, was ich wirklich sehr, sehr cool fand, was ich leider schon kaputt gemacht habe. Perfekt, Alex. Aber... Man muss wieder dazu sagen, enthält Werbung. Zum Beispiel der E.ON Sonic Cleaner wurde uns zur Verfügung gestellt. Du hast ja gerade schon gesagt. Der E.ON Sonic Cleaner, das Ganze ist ein Ultraschallreiniger für eure Pfeife, der elektrisch funktioniert. Finde ich eine richtig geile Idee, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Und in der Zeit, wo ich es probiert habe, lief der auch wunderbar. Bis du ihn kaputt gemacht hast. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, das war ein komplettes Eigenverschulden. Also muss ich nur einmal dazu sagen. Weil ich habe so ein Cleaner-Video aufgenommen. So in der Kampagne von Darkseid war das. Einfach so ein bisschen so rund um die Pfeifenreinigung. Und da dachte ich so, bietet es sich doch perfekt an, dann den Sonic Cleaner mit einzubauen. Und da wollte ich eigentlich so einen Timelapse aufnehmen, wie der Sonic Cleaner funktioniert. Das heißt, ich habe da halt eine Triangle Bowl genommen, so eine Half-Ross Down zum Beispiel. Da passt der halt nicht komplett rein. Da passt der halt bis zum Hals. Und habe gedacht, ach komm, für die Timelapse, für den Effekt, dass es sich so hoch bläht, sage ich mal, reicht es auf jeden Fall. Und habe das da fünf Minuten stehen lassen. Währenddessen habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht. Und ich gehe da hin und will den rausziehen. Denke so, fuck, ich kriege den nicht raus. Und dann rüttel ich da so rum. Aber der hat sich oben verkantet. Also der ist nicht runter oder so. Nein, der ist halt weiter runtergerutscht. Durch die Vibration ist der halt weiter runtergerutscht, aber nicht komplett rein. Das heißt, der hing da komplett im Hals drin. Und ich so, scheiße. Und habe da wirklich 15 Minuten dran gerüttelt und versucht, es irgendwie noch abzukriegen, ohne es kaputt zu machen. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich mache jetzt den Cleaner kaputt oder ich mache meine Exclusive Bowl kaputt. Und da ist die Exclusive Bowl natürlich teurer. Ja, genau. Weißt du, was mies gewesen wäre, wenn du beim Versuch, den rauszuholen, und beides kaputt gemacht hast? Das habe ich mir auch überlegt. Stell dir mal vor, ich ziehe ihn jetzt raus, mal einfach beides kaputt. Das wäre noch schlimmer. Das wäre beschissen. Aber bei dir ist das Kabel so ein bisschen abgerutscht, die Isolation. Da haben ja auch etliche Leute auf Instagram geschrieben, so, ich würde dir raten, den wegzuschmeißen. Ja, ich würde auch. Ein elektrisches Gerät, was nicht mehr abisoliert ist, würde ich vielleicht jetzt auch nie ins Wasser hängen. Ja, ich habe auch gesagt, so, habe ich mir auch schon gedacht, der ist schon im Müll. Ja, besser ist es. Ich meine, solange du das Wasser nicht berührst, müsste eigentlich noch alles gut gehen. Und entweder der FI fliegt raus oder dein Herz. Eins von beiden. Perfekt. Perfekt. Ja, aber an sich ein super geiles Produkt, wie ich finde. Also, Sonic Cleaner, um euch nochmal abzuholen, ist ein, wie soll man das beschreiben? Ist wie der Schaft unten von einem Oblarko ungefähr so. Bisschen dicker, ne? Ist einfach so, einfach in Metalloptik, da ist ein Kabel dran und ein kleines Netzteil. Das Netzteil steckst du in die Steckdose, dann kannst du das Metallteil in deine Bowl versenken. Ich spüle immer einmal meine Bowl mit Wasser aus, mache dann frisches Wasser rein, zwei Sprüher vom Hooker Squeeze Cleaner, also vom Hooker Cleaner und dann hängst du das Ultraschallding rein, drückst den Knopf auf dem Netzteil und dann macht der zehn Minuten das Geräusch. Das ist wirklich unglaublich nervig, das Geräusch. Aber ich bin dann einfach nicht in der Küche und dann lässt du das laufen, dann kippst du das Wasser aus und dann ist die Bowl wie neu. Die ist einfach wie neu. Als ich das Ding bekommen habe, ich habe das daheim getestet, ich war absolut begeistert. In sehr schmale Hälse von Bowls passt es leider nicht rein, wie der Alex ja eben schon beschrieben hat. Der probiert es auch auf jeden Fall nicht aus. Probiert es gar nicht erst aus, lass es einfach sein. Einfach sein lassen. Wenn der nicht easy peasy reinflutscht, sollte man gar nicht erst probieren, das Ding da auch reinzukriegen. Ist übrigens ein guter Tipp fürs Leben. Der musste jetzt so hintendran, ne? Das war wirklich, also das hätte man, das wäre, ne. Gut, also dann hast du das Ding da drin, drückst den Knopf, läuft das zehn Minuten und das ist wirklich wie neu. Und auch geruchsneutralisieren, das ist wirklich krass. Ich habe das daheim probiert mit ein paar Bowls. Ich war so begeistert, ich bin ins Studio gefahren, habe das Ding mitgenommen, bin an meinem Regal entlanggelaufen, habe jede Bowl genommen, die nicht astrein sauber ist oder habe einfach an dem Tag zehn Bowls mit diesem Ding sauber gemacht. Und Alex, ich weiß nicht, ob sich bei dir auch schon ein paar Hobby-Sherlock-Holmes gemeldet haben in den DMs. Aber eine Sache, die mir wirklich geisteskrank auf den Sack geht, waren diese Leute, die geschrieben haben, ja, aber das Teil gibt es auch für 20 Euro weniger auf Alibaba und es ist ganz genau dasselbe. Digga, was hast du denn erwartet? Hast du wirklich gedacht, Aeon hat jetzt eine Fabrik für Ultraschallreiniger errichtet und die Ultraschallreinigung an sich erfunden? Es ist vollkommen normal in unserer Marktwirtschaft, dass Produkte gesourcet werden aus Fabriken, die das dann für einen herstellen mit dem Logo drauf. Die Meisterleistung von Aeon war, die geistige Kapazität zu besitzen, dieses Produkt zu finden, zu sourcen, herauszufinden, dass das gut für Shisha-Balls funktioniert und das dementsprechend zu vermarkten. Und da ist auch absolut nichts falsch dran. Und ja, du kannst das wahrscheinlich für 20 oder 30 Euro weniger direkt in China bestellen bei irgendeinem komischen Typ. Du wirst aber keine CE-Zertifizierung haben. Das heißt, eigentlich darf es gar nicht in Deutschland verkauft werden. Und wenn da irgendwas mit der Garantie ist, bist du auch am Arsch. Und ob du der Qualitätskontrolle von den Chinesen mehr traust als der von Aeon, das musst du am Ende des Tages selber wissen. Das ist mir relativ egal. Aber das ist ein elektrisches Teil, was man in Wasser hängt. Da wäre es mir schon lieber, wenn das Ding CE-Zertifiziert ist, eine Gewährleistung hat und somewhat Prozesse der Qualitätskontrolle durchlaufen ist. Aber ey, whatever floats your boat, wenn du dir irgend so ein Ding in deine Bowle hängen willst, was aus China kommt und mit Strom funktioniert, dann, ja, vielleicht gibt es dann halt natürliche Selektionen. Muss man ja mal gucken. Aber ich muss mich noch kurz verbessern. Nicht nur für Bowls, sondern auch für Edelstahlteile. Also du kannst das ja sogar in Becken hängen, theoretisch. Also ich habe es im Waschbecken probiert mit Edelstahlteilen. Da hat es nicht so gut funktioniert. Da muss ich sagen, bin ich schneller. Das kann gut sein. Swizi hat es in eine kleine Schüssel gehängt. Das hat bei ihm besser funktioniert. Habe ich gesehen. Haben wir eine Reaction drauf gemacht. Ja, kann man auch für die Edelstahlteile benutzen. Ich muss sagen, bei mir ist das Ding eigentlich rein, um Bowls sauber zu machen. Mein Reinigungsprozess hat sich jetzt dahingehend verändert. Ich nehme mir die Pfeife mit in die Küche, mache den Stem ab, spüle die Bowl einmal, wie gesagt, durch. Zwei Sprüher rein, Wasser rein, Sonic Cleaner rein, zehn Minuten laufen lassen. Und in den zehn Minuten, wo meine Bowl von selbst gereinigt wird, mache ich kurz per Hand das komplette Stem-Set sauber. Same. Und bis ich das fertig habe und abgetrocknet habe, ist meine Bowl auch sauber. Ich spüle die einmal durch mit Wasser und bumm, alles astrein sauber. Ich habe es auch für HMDs getestet. Das hat leider gar nicht funktioniert. Aber gut, in erster Linie ist es ja ein Reinigungsmittel für die Bowl. Allein, dass du die Bowls ohne Bürste, ohne Reinigungskugeln oder sowas, weil das wäre ja eigentlich die Alternative für Bowls, die ein bisschen verwinkelt sind. Das wollte ich mich gerade auch noch dazu sagen. So allein, dass man eine Neolux jetzt komplett sauber kriegt, wenn du überlegst, wie die teilweise bei mir aussieht mit den Ecken, wenn du da mal X-Siecher drin hattest oder sowas. Mit Sonnecleaner. Easy. Super schön. Fucking easy. Das Ding wird bald bei der E.ON kommen, wird ungefähr 60 Euro kosten oder wird ziemlich genau 60 Euro kosten und dann musst du einfach nie wieder Bowls schrubben. Also ich werde mir auch garantiert noch einen holen. Ich hatte ihn wie gesagt erst zu Hause, dann habe ich ihn im Studio. Hier ist er jetzt auch immer noch und ich werde mir garantiert noch einen für zu Hause holen. Ich werde mir auch noch mal einen holen, ja. Perfekt, Alex. Wieso warst du mit deinem Alten? Ich bin auch richtig neidisch, wenn ich das jetzt mittlerweile in Storys sehe und so. Ich will auch. Ich will auch, meine Hase kaputt. Okay, wir müssen weitermachen, Alex. Ja. Was auch noch neu ist, ist die Pfeife, die du raust. Genau. Und der Kopf, den du raust. Stimmt. Also erst mal zum Vyro-Produkt, die Vyro-Spectre ist neu. Spectre. 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 Okay. Die Vyro-Spectre. Kalut. Auf jeden Fall eine kleine Steckpfeife aus Edelstahl kommt mit einer wunderschönen Standardball. Was ist das Besondere an der Pfeife? Ihr könnt während ihr raucht die Ploves umstellen. Und zwar sowohl am Teller als auch an der Base. Und das Ganze muss ich sagen mit einer wunderschönen Haptik, wodurch die Magnete hast du wirklich ein richtig schönes Feedback, wann der Ploves zwei Fidget-Spinner inklusive. Ja. Ja, aber es ist halt dieses Feedback, was du bekommst von der Pfeife. Das haftige Feedback ist schon wirklich hervorragend. Es ist super schön, es lässt sich super easy machen. Und ja, ich rauche die mittlerweile auch echt relativ häufig. Ich glaube, ich würde sagen, ist fast mein Lieblingspfeife von Vyro mittlerweile. Ich finde es die interessanteste Pfeife von Vyro. Ich glaube, meine Lieblingspfeife ist immer noch die Penta. Krass. Weil ich die vom Rauchverhalten so feiere. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, ich würde trotzdem mit der Spectra gehen. Auch vom Rauchverhalten finde ich die wirklich super angenehm. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe die jetzt auf ein paar Bowls getestet. Ich würde mir wünschen, dass das Tauchrohr vielleicht einen Ticken länger ist. So ein, zwei Zentimeter. Weil ich finde, teilweise brauchst du schon relativ viel Wasser in manchen Bowls. Ja, das stimmt. Aber ansonsten bin ich super happy mit der. Also wirklich super schöne Pfeife. Bin ich auch happy mit. Gibt es auch tatsächlich bei mir schon ein Video zu. Das heißt, falls da jemand noch mehr zu dieser Pfeife sehen will, könnt ihr euch schon auch auf youtube.com slash shisha. Aber leider momentan ausverkauft. Ja, aber da werden noch Restocks kommen. Wann genau, wissen wir natürlich leider nicht. Da kriegen wir höchstens kurz vorher Bescheid gesagt. So, nehmen wir gleich das nächste Produkt von Valvo noch mit. Und zwar die Boost Sleeves von Versa sind feinli draußen. War ja auch schon sehr, sehr lange geplant. Wir wussten ja schon ein bisschen länger von dem ganzen Spaß. Ja gut, die Leute auch. Also wir wussten schon länger, was da jetzt als erstes kommt. Aber das ist mehr Versa Sleeves oder generell Virus Sleeves Mod-System geben soll. Das wusste man ja schon. Das stimmt. Ja, aber finally ist jetzt das Boost Sleeve und der Tellablauf raus. Das heißt, wenn ihr eine Versa oder eine Penta habt. Naja gut, bei der Penta, nee, eingeschränkt. Bei der Versa vor allem. Ja, und auch auf der Spectre, aber da passt leider nicht das Boost Sleeve. Genau, aber die Versa Sleeves, also die normalen Versa Sleeves passen auch auf die Spectre. Und für die Versa selbst gibt es jetzt eben einmal einen Sleeve mit so einer Federgabel vom Auto. Also nicht richtig vom Auto, aber wie eine Federgabel vom Auto inspiriert. Chicago hat ja sowas ähnliches, wobei ich die von Vyro auch sehr geil finde. Ich finde, die von Vyro geht ein bisschen eher in diesen Mami-Look rein. So ein bisschen dünner, ein bisschen feiner. Ja, stimmt. Aber es ist so, wie der Unterschied von Chicago zu Mami, so ist der Unterschied von Mami zu dem Boost Sleeve von Vyro nochmal. Ist cool, finde ich geil. Können sich Leute, die schon eine Versa oder sowas zu Hause haben, eben nochmal was Neues holen. Leider momentan noch nicht. Ja, wenn es kommt. Aber dann kann man sich eben nochmal ein neues Feeling an die Pfeife. Also sie gibt es momentan nur im Set mit der Versa selber, aber sie werden auch einzeln verfügbar sein. Ging leider momentan noch nicht aufgrund von Lieferengpässen. Ich meine, müssen wir momentan nicht groß drumherum reden. Ist alles momentan etwas verzögert. Genau. Und dein Köpfchen ist auch neu. Und zwar hat Wandenberg jetzt den V2 vorgestellt. Und ich muss sagen, ich war erst ein bisschen enttäuscht. Also der V1, den ich ja auch gerade rauche, ist ja so ein hervorragender Kopf. Und so schnell in meiner Top 3 gewesen, was Köpfe angeht, da habe ich wirklich gedacht, was machen die als nächstes? Und dann kam ein Produkt, wo ich sagen muss, das ist absolut nicht meins. Also das ist, glaube ich, für viele Leute, die so absolut enthusiastisch in der Shisha-Szene unterwegs sind, halt nichts, weil es ein extrem großer Kopf ist mit einem extrem großen Depot. Also da kriegst du gut und gerne 30 Gramm Tabak rein. Das ist an sich erstmal belastend, wenn man halt alleine raucht und gehofft hat, dass von Wandenberg halt was kommt, was man dann auch alleine rauchen kann. Ich habe ihn jetzt aber ein paar Mal geraucht, die Performance ist wie gewohnt von Wandenberg hervorragend und ich habe es so gemacht, dass ich halt Kohle nachgelegt habe, weil dieser Kopf ist für mich für zwei Einsatzgebiete. Entweder wenn du alleine rauchst, aber Kohle nachlegst, sodass du schön lange rauchen kannst oder wenn du mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchst. Also wenn du jetzt am Wochenende mit drei Jungs an einer Pfeife oder auch mit vier Leuten an einer Pfeife rauchen willst, dann kannst du den Wandenberg V2 wirklich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Und bei mir mit dem Kohle nachlegen habe ich ihn dann auch zweieinhalb Stunden geraucht. So, und wenn du dir überlegst, mit 20 Gramm eine Stunde 15, eine Stunde 30 zu rauchen oder mit 30 Gramm dann eben zweieinhalb Stunden zu rauchen, ist auch okay. Und dann passt das. Was bei mir einfach das Ding war, Performance und Performance ist wunderbar. Also am Anfang habe ich gesagt, ich werde ihn wahrscheinlich ein, zwei Mal im Monat rauchen. Mittlerweile muss ich sagen, läuft er doch schon echt häufiger bei mir. Auch wenn ich teilweise natürlich extrem viel Tabak da reinpacken muss. Aber der Zeitgeist passt mir auch einfach nicht. Weil du wirst diesen Kopf nicht mit einer 25 Gramm Packung vollkriegen. Und dann zwei 25 Gramm Packungen aufmachen, um einmal einen V2 zu bauen. Also spätestens da ist der Kopf für mich schon wieder Geschichte. Das stimmt. Deswegen, also vom Zeitgeist, jetzt so einen Kopf zu releasen, passt für mich einfach nicht. Andersrum wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen. Zuerst den V2 und dann der V1. Das wäre schlauer gewesen, wobei ich dann nicht wüsste, ob Wandenberg heute den Hype hätte, den sie jetzt haben. Das stimmt, ja. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall ein sehr solider Kopf. Man muss sagen, ein paar Euro teurer. Der kostet 40 Euro, ist auch größer, mehr Material, kann man verstehen, ist okay. Wenn ich überlege, dass ich für einen Touran trotzdem auch 40 Euro zahle, ist das auf jeden Fall okay. Ja. Muss ich sagen. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall kein Kopf, der in meiner Top 3 landet. Da bin ich immer noch sehr, sehr festgefahren auf meinen Standard-Hyphen, Wandenberg V1 und Popo momentan. Ach, bei dir jetzt auch. Du hattest doch vorher noch einen anderen drin, als den Popo, oder? Nee, seitdem wir den Popo in Spanien getestet haben, ist der Popo anstatt der Touran drin. Krass. Ja. Okay, weil ich weiß die ganze Zeit noch, dass ich Popo gesagt habe und du warst immer noch beim Touran. Nee, nee, seit dem Popo bin ich auch bei, also seit Popo bin ich bei Popo. Seit Spanien bist du bei Popo. Genau, seit Spanien, wo ich den wirklich sehr, sehr häufig geraucht habe, bin ich, habe ich den vor den Touran gezogen. Okay, krass. Dann hast du keinen Meerloch-Kopf in deiner Top 3. Ich finde das immer so, also ich finde das Rauchen halt was anderes bei Funnel und Meerloch. Also ich habe halt eine eigene Top 3 oder Top-Auswahl von Meerloch-Köpfen. Okay, okay, also es ist einfach deine Top 3 Funnel-Köpfe. Genau. Okay, nicht deine Top 3-Köpfe. Nee. Okay, ja, dann macht es Sinn. Ja. Ja, bei mir dieselbe Top 3. Genau. So, was hatten wir noch so Interessantes auf der Messe? Wir müssen ein bisschen Rapid-Fire machen. Yes. Ansonsten, was neu kommt, ist auf jeden Fall Blackburn, wo ich sehr gehypt drauf bin. Es soll ja noch diesen Monat, glaube ich, kommen, Ende diesen Monat. Ja, es wurde gesagt, Anfang Juni, was das jetzt am Ende des Tages wird. Again, Freunde, verlasst euch nicht auf Release-Dates in der Shisha-Szene. Wenn das Zeug da ist, ist es da. Und wenn es noch nicht da ist, dann ist es noch nicht da. Ende. Genau. Aber bin ich auf jeden Fall sehr hypt drauf, weil Blackburn auch eine Marke ist, wo ich so gerne so viel konsumiere. Ja. Also freue ich mich extrem drauf. Wo ich mich auch drauf freue, was ich vorher noch nie gehört habe, ist Theo. Ja. Theo hat mich geisteskrank überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand kam Samstag vor der Messe zu mir und meinte so, hier, hast du diesen tschechischen Dark Blend probiert? Und ich so, was für ein Ding? Diese tschechischen Dark Blend, die sind da bei Aeon. Ich habe die am Freitag beim Dreh einfach übersehen. Mega schade. Die sind auch nicht im Video drin. Wirklich schade. Und dann habe ich mich da Samstag in die Schlange gestellt, habe das probiert und das war echt geiles Zeug. Ich habe mir auch direkt zwei Packungen gekauft auf der Messe, habe die mit heimgenommen. Und sogar der Honigmelone. Ich mag ja eigentlich Melone gar nicht so, aber sogar der Honigmelone von Theo hat mich übel abgeholt. Ich habe es leider nur Sonntag geschafft und da war einfach alles ausverkauft. Ja. Ich wollte Samstag Nachmittag noch mehr holen, weil ich dachte, ich brauche mehr von dem Zeug, das ist geil, war schon alles weg. Ja. Auf jeden Fall stand ich dann Sonntag da und ich habe halt gefragt, hier, was habt ihr noch da? Ich würde gerne was mitnehmen. Hatte nichts mehr. Aber der Mark von Theo, mit dem habe ich mich noch hinten in den Lounge gesetzt, wir haben da nochmal ein Köpfchen geraucht und ich, dieser Pineapple, ich finde den ja so krass. Die waren alle krass. Also es gab fast keinen Flavor, wo ich sage, der ist schlecht. Ich habe Pineapple probiert und den Grapefruit, glaube ich. Ja, Grapefruit fand ich auch überragend. Aber der Pineapple, weil es ist halt, es ist eine säuerliche, nicht zu babsüße Ananas, holt mich direkt ab. Also ich muss sagen, bei Theo gab es nur gut und super gut. Es gab keinen Flavor, aber für das, was es ist, also natürlich hatten die Flavor, wo ich sage, den Flavor rauche ich nicht so gern, weil ich den Flavor allgemein nicht mag, aber die hatten nur Sachen, die gut oder sehr gut umgesetzt waren. Krass. Also das hat mich auf jeden Fall sehr... Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der kostet. Ich glaube, der war auch bei 24, 25 Euro pro 200 Gramm. Ich habe drüben die Packung. Ich habe drüben die Dosen, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach so, aber ich glaube schon. Ja, ich habe zwei Packungen gekauft. Warum habe ich keinen geraubt? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Und warst du zu vorheilig mit dem Tabak aussuchen? Ja. Selbstschuld. Mist. So ist das. Ja, Theo auf jeden Fall übertrieben geil. Bin ich sehr gespannt. Und Blackburn bin ich auch gespannt, aber bei Blackburn gab es ja noch was zweites. Ich wusste nicht, ob wir darüber schon reden können. Ja, ist ein Video drin. Achso, ja gut, dann hätte ich es auch. Mir fällt aber gerade der Name nicht an. Jam, ja. Oh, Leute, Freunde. Am Samstag habe ich mich ja wie gesagt hier und da mal irgendwo in eine Lounge, nee, am Sonntag, hier und da mal irgendwo in eine Lounge gesetzt und da habe ich dann auch endlich mal Jam probiert. Und der Eugen, dem die New GmbH gehört, saß dann da so mit mir und erzählt mir so von Blackburn und ich schon himmelhoch jauchzend, also ich war so happy wegen Blackburn, dann erzählt er mir von Jam und meint so, ja, ja, das ist halt Tabakersatz, ne, und ich schon so, ja, okay, komm, reden wir über das nächste Thema. Scheiß auf Tabakersatz, Bruder. Und dann meinte er aber so, ja, nee, aber das ist mit Nikotin. Und dann war ich schon so, okay, dann könnte das ja vielleicht doch interessant sein, ne, Grüße gehen raus an die Nikotinsucht an der Stelle. Und dann erzählt er mir, das ist auf Hibiskusblütenbasis, aber mit Liquid Nicotin. Also wie so ein Nikotinshot, den man praktisch in die Welt machen kann, sowas ähnliches ist dann halt da dran, ne. Und dann erzählt er mir das so und dann habe ich das probiert und ich saß da mit dem Basti, mit dem Wenki und mit dem Gary und mit dem Eugen, also wir waren fünf Jungs und wir hatten irgendwann sechs Pfeifen dastehen. Wir hatten irgendwann sechs Pfeifen dastehen, weil die eins gebracht haben, eins gebracht haben, ne. und dann probiere ich den ersten und ich dachte mir schon so, heilige Scheiße, ist das geil. Das ist smooth ohne Ende, das ist smoother als ein Virginia Tabak, also es ist wirklich wie Butter, das Aroma so geisteskrank intensiv. Man muss dazu sagen, es wird ja mit Vape Aromen gearbeitet. Ja. Also es ist ja nicht wie bei normalen Cheecher Tabaks, sondern es sind ja Vape Aromen. Ja. Was ich halt, ich muss sagen, ich habe es nicht probiert, sondern ich habe nur dran gerochen und ich habe dich ja dann gefragt, weil ich habe die Dose aufgemacht, ich habe dran gerochen und dachte so, Alter, was ist das denn bitte? Ja. Weil das, es war so, irgendeine cremige Sorte hat er mir hingehalten. Ah, du hattest wahrscheinlich dieses Karamellzeug. Ne, es war so Bounty oder sowas in die Richtung. Okay. Irgendwas mit Kokosnuss und das war, ich habe dran gerochen und dachte so, Alter, hätte ich da, würde ich jetzt am liebsten essen. Und da habe ich, Don't do it. Ja, und da habe ich dich halt gefragt und du hast gemeint, ja, das schmeckt auch so. Das ist also wirklich, das ist, das wird der erste Tabakersatz, den man bei mir sehen wird. Bin ich mir jetzt schon sicher. Wenn das Zeug raus ist, werde ich da sowas von reincashen. Das war so übertrieben geil. Der Wenki, der Gary, der Basti, wir waren alle begeistert von dem Zeug. Und das von einem Tabakersatzprodukt, wo ich normal immer verachtend drauf niederschaue, das Zeug taugt. Das war wirklich krass. Da bin ich auch sehr, sehr hart drauf. Das hat für mich sogar fast ein bisschen dem Blackburn die Show gestohlen. Weil der Blackburn ist geil und super, aber den kenne ich. Und Jam war wirklich mindblowing für mich. Hibiskus, Blüten, Tabakersatz. Da dachte ich, geh fort mit deinem Zeug. Was ist das? Ja. Und dann war das herausragend. Wirklich herausragend. Wie würdest du es vom Nikotinlevel beschreiben? Schon leider eher Richtung Virginia. Okay. Also ist eher zum Mixen dann, aber auch in einem Mix stelle ich mir das Geistesgang vor. Ja, safe. Ja. Also, aber ist geil. Vielleicht war es slightly more than... Für mich ist es mittlerweile total schwer, Virginia-Stärke einzuschätzen. Same. Weil ein schwacher Virginia macht bei mir nix und ein starker Virginia macht bei mir auch nix. Ja. Ich kann dir auch nicht die Nature-Base wirklich einschätzen, weil für mich ist das eher Virginia so. Ja, ich glaube, die verarscht mich immer so ein bisschen mit diesem leichten etwas mehr Tabakgeschmack. Ja, genau. Dass ich es mir dann einrede. Aber ob es wirklich was ändert, weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall Jam. Mega geiles Zeug. Ja, safe. Wird absolut killer. Wo wir gerade bei Tabakersatz sind, würde ich auch gerade rüberschwenken. Und zwar Zucker-Squeeze. Ist ja so ein bisschen so, ich habe ja am Stand gearbeitet. Ich wusste auch schon sehr, sehr lange vorher, was da kommen wird. Und zwar zwei neue Flavor einmal und dann das Ganze in Tubenform. Und ich muss sagen, es ist tausendmal geiler. Ja, glaube ich. Also es macht so viel mehr Spaß, wenn es gebaut wird. Mittlerweile. Die Döschen haben wir auch wirklich einfach nur noch genervt. Mittlerweile ist, ich packe es in jeden Kopf rein, weil es halt vom Flavor ist es geil. Also die Kiwi ist halt, finde ich, ganz anderes Level. Ja. Und durch die Handhabung, ich baue meinen Mix, mache dann einmal kurz eine Runde drüber und hast da direkt das Aroma drin. Also ich habe mich mega gefreut. Also ich habe das Auto kurz am Stand probiert, aber das, was ich probiert habe, war auf jeden Fall gut. Bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ja, ab Juli ist, glaube ich, Release. Ab Juli? Ja. Ich versuche meinen Stuhl anders einzustellen. Ich habe gerade schon gedacht. Ich muss da mal so ein bisschen rumspielen. Ich muss den noch ein bisschen testen. Ja, ist der neue Stuhl, weil ich sitze ja auf dem kaputten Alten und ich bin auch eventuell vorhin schon einmal fast umgefallen. Eventuell ist er umgefallen. Ja, also ich hatte ja vorher den Maxnomic, um das kurz abzufrühstücken, wo du es erwähnt hast. War auch immer sehr zufrieden mit. Ich finde ihn auch vom Sitzen her unglaublich komfortabel. Der ist schon ein bisschen zerfleddert. Also gerade so hier die Seiten und oben siehst du so ein bisschen Abrieb, sage ich mal, an dem Material. Aber der ist ja auch schon relativ alt. Ja, der ist acht Jahre oder so alt. Also der hat seinen Soll, glaube ich, erfüllt acht Jahre für den Bürostuhl. Und du weißt ja, wie viel ich im Büro immer sitze. Ist klar, dass der irgendwann kaputt geht. Aber ich kann tatsächlich dieses Fußkreuz nachkaufen für 40 Euro. Und dann ist der wieder okay. Entweder lasse ich ihn hier für Gäste oder ich stelle ihn daheim in mein Büro slash Gästezimmer. Also bis jetzt ist es nur Gästezimmer, aber ich überlege gerade, ob ich mir dann noch einen Schreibtisch reinmache und dann eben den Stuhl auch nach Hause stelle. Weil dann habe ich einen für zu Hause und jetzt habe ich den für das Büro. Den konnte ich jetzt natürlich auch absetzen, weil es ist ja Büroausstattung und so. Deswegen war das so schon ganz okay. Und wenn ich jetzt für 40 Euro privat dieses Stuhlkreuz nachkaufe, dann kann ich den auch daheim weiter benutzen. Also wunderbar. So, nächstes Thema würde ich sagen. Ja. Und zwar, wenn wir gerade schon dabei sind, wir hatten ja noch nicht komplett drüber geredet. Ja, aber ich glaube ausreichend, oder? Aber gab es noch was anderes bei Hokkaiden? Ich wollte nicht gerade. Was noch interessant war, waren auf jeden Fall auch die Tyrant Bowls. Ja. Die sind leider optisch sehr inspiriert von Cäsar. Mhm. Kosten halt weniger als die Hälfte, ne? Ja. Also eine Tyrant Bowl kostet ein Hunni. Es ist wirklich so ein Zwiespalt, dass ich sage, ich weiß, dass es super viele Leute extrem feiern werden, dass es deutlich günstigere Bowls gibt als die Cäsar Bowls, die aber genauso cool aussehen. Das einzige Problem ist, die sehen halt wirklich genauso aus. Also hätten die wenigstens, manche sind ein bisschen anders, aber manche sind wirklich fast eins zu eins Kopien, wo ich sage, das fühlt sich leider einfach nicht richtig an. Und dann denkst du aber wieder drüber nach, dass Cäsar mittlerweile 230 Euro für so einen scheiß Bowl will und die Tyrant kostet halt 130 Euro weniger. Ja. Das heißt, du kannst dir eine Tyrant Bowl und eine Pfeife kaufen oder eine Cäsar Bowl. Ja. Und da ist dann halt wieder die Frage so, ist das jetzt, weißt du, also... Na klar, bin ich voll bei dir. Ja. Auf jeden Fall waren die ganz cool. Ne, bei Hukain kannte man, glaube ich, schon alles. Ich glaube nur ein, zwei neue Colorways oder sowas vom Tornado waren, glaube ich, da oder so, aber ich glaube, sonst waren... Ansonsten kennt man, glaube ich, schon alles. Und da haben wir ja mit dem Spanien-Vlog und einem drum und dran schon mehr als genug drüber erzählt. Aber ich glaube, da waren einige sehr, sehr happy am Hukain-Stand. Fuck your life haben viele probiert und haben dann gesagt, ey, habe ich jetzt auch mal probiert, war wirklich lecker. Und ja, Hukain hat, glaube ich, auch das ein oder andere Bierchen verteilt und da waren die Massen natürlich sehr positiv gestimmt. Das stimmt. Ja. Ich überlege gerade, was gab es denn sonst noch Neues? Ja, Shisha-Kartell hatte nichts Neues. Die hatten einen schönen Stand, da konnte man die Flavor probieren. Es gab noch dieses Hukamon mit dem E-HMD, der auch extrem krass funktioniert haben soll, aber der 3.000 Euro kostet. Deswegen war das halt auch schon wieder leider für den Arsch. Was gab es sonst so? Holze hat den Mr. C und den Unicorn erstmals ausgestellt. Angekündigt war er ja schon. Den konnte man da probieren. Tipsy auch. Tipsy habe ich noch gar nicht probiert, leider. Muss ich aber mal machen. und ich habe den Unicorn probiert, der ja nach den Fruit Loops schmecken soll. Und also mir war von vornherein klar, dass die beiden Flavor bei mir jetzt nicht oft laufen werden. Also ich mag halt so cremige Sachen nicht. Diese Müsli-Sorten habe ich eh nie verstanden. Aber ich kann wirklich sagen, die Umsetzung vom Unicorn ist wirklich krass. Du rauchst den und du weißt sofort, das soll Fruit Loops sein. Also wenn du schon mal Fruit Loops gegessen hast. Das ist wirklich erstaunlich nah dran. Den Mr. C habe ich jetzt zu Hause. Ich habe mich aber noch nicht getraut, den zu probieren. Weil dieses Zimt-Creme-mäßige, da kraut es mir schon davor, bevor ich überhaupt den Tabak probiert habe. Das Ding ist, das ist so ein Tabak, den würde ich so als Frühstückskopf mal rauchen. Als Frühstückskopf im Winter. Genau, aber momentan sehe ich mich nicht in den Frühstückskopf rauchen. Deswegen lief der bei mir leider auch noch nicht. Aber vielleicht hätte ich mal wieder Bock auf cremig, werde ich ihn vielleicht untermischen oder so. Ja, ja. Deswegen kann ich da leider auch noch gar nichts zu sagen. Ja, Lira war wie gesagt da, oh, was noch sehr interessant ist, war der bei Candy Shunt. Da hatte ich leider Freitagmorgen nicht die Möglichkeit, mich durchzuprobieren, weil da noch nicht die Köpfe an waren. Aber die haben sehr viele Sorten vorgestellt und vor allem sehr viele Sorten auf Dark Blend vorgestellt. Und da habe ich von vielen Leuten schon gehört, dass der sehr nice sein soll. Ja. Wie er dann letztendlich ist, müssen wir halt mal gucken. Ich fand einen auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ach, du hast sie probiert? Auf dem Winterland hatten die doch schon einen dabei. Ja, okay, ja klar. Aber über den haben wir ja schon geredet. Aber die hatten ja, glaube ich, fünf Sorten auf Dark Blend oder so. Ach nee, ich weiß nur den vom Winterland noch. Ja, okay. Aber über den haben wir ja schon in der Winterland-Folge geredet. Ich bin eh grad. Was gab es noch? Also bei Rewochi gab es, glaube ich, nicht viele neue Sachen. Beziehungsweise waren für einige Leute die Sachen neu, die nur die Rewochi-Sachen aus Deutschland kennen, weil die halt auch Sachen aus dem Ausland dabei hatten. Bei Kismet gab es, wie gesagt, noch den Black Cane als Messe Special Edition. Der Wild Cherry ist, glaube ich, auf der Messe rausgekommen. Und der Black Perfume. Den habe ich zwar auch da. Der hat Ginger auch noch, oder? Ginger auch noch? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber der Wild Cherry von Kismet. Ich war ja letztens über das Wochenende in Belgien. Stimmt, das hätte man auch noch beim Real Life. Mir sind auch noch während der Folge ein paar Themen eingefallen. Dann haben wir was für die nächste Folge, genau. Auf jeden Fall war ich in Belgien und der Yannick hatte den Wild Cherry dabei von Kismet. Und ich habe den das erste Mal in eine Mischung mit rein und ich fand den so geil, dass literally jeder Kopf von mir den Wild Cherry mit drin hatte. Krass. So geil. Und dann bin ich heimgekommen und ich habe den auch direkt nachbestellt. Deswegen habe ich den jetzt auch direkt wieder am Köpfchen drin. Ich könnte den wirklich gerade die ganze Zeit rauchen, den Wild Cherry von Kismet. Weil der eigentlich super schwerer Flavor ist. Aber der Wild Cherry ist wirklich für mich der mit Abstand beste Cherry Flavor, den es gibt. Ja. Das kam raus. Hooker Squeeze hattest du ja schon. Stimulation Pro X3 wurde nochmal vorgestellt. Genau, die wurde ja aber auch, also da waren ja schon die Videos zu bekannt. Ja. Fandest du eigentlich jetzt von der Innovationsmenge, die man auf der Messe gesehen hat, warst du da krass enttäuscht oder ging es bei dir? Also ich war auf jeden Fall nicht geflasht, muss ich sagen. Aber das geht halt auch damit einher, dass gerade wir beide halt eigentlich fast alles kannten. Aber man hat es ja auch viel von Konsumenten gehört. Das stimmt, ja, weil halt viel davor schon gezeigt wurde. Also ich meine, das Spektrum. Ich wollte ja gar nicht auf den Grund dahinter eingehen, weil, also meine Erklärung dazu ist, früher waren Messen der Ort, wo sich dann alle gesehen haben und man sich austauschen konnte. Heutzutage haben wir aber einen dauerhaften, ständigen Austausch über Social Media. Und da diese Sachen, wie du es gerade anfangen wolltest zu erzählen, die Spectre, die Pro X, die Verity kam kurz davor. Hätte man früher nicht Social Media gehabt, hätten die meisten Leute wahrscheinlich erst von den Produkten erfahren, wenn sie auf der Messe sind. Aber heutzutage kriegst du halt alles ständige, über Social Media mit. Und dann ist natürlich klar, dass das auf der Messe weniger überwältigend ist. Aber ich glaube, mit diesem Thema, das ist eher ein User-Problem, glaube ich. Also da muss man sich jetzt einfach aus dem Kopf schlagen, dass man auf die Messe geht und man tausend Revolutionen hat. Wenn man vorher schon 998 Revolutionen auf Social Media hat, dann sind es vielleicht nur noch zwei Sachen, die einen überraschen. Wie zum Beispiel der Theo und der Nevo oder so. Ja, in dem Zug war es auf jeden Fall. Also ich muss sagen, allein so Theo und Blackburn haben für mich schon so ein, was heißt gereicht? Also so, ich war hyped. Also es hat mich gefreut, neue Sachen zu finden auf der Messe, neben den Sachen, die ich schon kannte, die trotzdem probieren zu können und mich da in der Zukunft darauf zu freuen, die zu Hause zu haben. Also das war trotzdem für mich so ein Ding, so natürlich bin ich nicht mit dem Gedanken reingegangen, so, boah, ich bin gespannt, was es alles Neues gibt. Ja, gerade für uns ist das natürlich was anderes. Aber alleine so die zwei Sachen hat mich gefreut. Ja, same, bei mir auch. Also ich fand die Messe auf jeden Fall cool. Ich bin sehr froh, dass wieder eine stattfinden konnte. Ich bin sehr froh, dass es ein paar neue Entdeckungen gab und vor allem bin ich froh, dass so viele Leute am Start waren, sei es von den Zuschauern, Followern, Abonnenten, Mitgliedern oder Prime Subs oder normale Subs auf Twitch, aber auch die ganzen Leute hinter den Marken, hinter den Blogs und Co. Also für mich war die Messe so, wie sie war, ein voller Erfolg. Die einzige Kritik, die ich an der Messe habe, die habe ich seit Jahren. Es ist mir einfach zu laut. Es ist wirklich einmal, also dieser Musikkrieg, der geht mit dermaßen auf und sagt, das ist wirklich so ein öffentlicher Schwanzvergleich. Wer kann mehr Dezibel aus seinen ekelhaft kratzenden, dreckigen Scheißboxen rausholen? Das war doch immer so belastend, weil du hast dann versucht, mit Leuten zu reden und dann hast du dich angeschrien und trotzdem nichts verstanden. Ja, du musst wirklich nebeneinander stehen, schreien, damit du was verstehst. Und da würde ich mir wünschen, dass die Messe einfach durchgreift und sagt, jeder, der die Musik zu laut macht, jeder, der die Musik über 80 Dezibel, ein Meter von der Box, keine Ahnung, irgendeinen Messwert halt, der da richtig ist und passt, jeder, der da drüber geht, kriegt eine 500-Euro-Strafe. Fertig. Oder eine 1.000-Euro-Strafe. Damit es auch weh tut. Das würde ich mir noch wünschen. Aber abgesehen davon, war ich mit der Messe sehr zufrieden. und das schließt das Thema eigentlich für mich schön ab. Ja, auf jeden Fall. Hat sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Messe. Ja, same. Und da reden wir ja dann beim nächsten Mal drüber, weil, wie gesagt, für uns geht es in zwei Wochen, wenn ihr das hört, in einer Woche, nach Sevilla zu der Shisha-Messe in España. Ich bin echt gespannt. See. Also, dann an der Stelle wieder ein Kuss fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Genau. Und wenn ihr noch nicht genug von uns habt, instagram.com slash directlyshisha-Germany bei mir einfach auch Instagram. Wir verlinken das einfach alles. Wir verlinken es einfach. Ja. Außerdem kennt ihr es wahrscheinlich. Also, macht es gut. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.